wird angegriffen wenn ich das noch so was wird der 1 oder 2 gewohnt wird alles mitnehmen ja das läuft ja schon viel besser okay also willkommen und danke für den raid dafür hört und sieht nicht sonst lügt grad ob es so ich wollte einmal kurz meine quest nachschauen genau ich habe nur gerade noch die einsatzquests die in meinem level bereich liegt das ist alles ein skellige schon und hextaufträge sind alle noch zu hoch nur wait 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 immer refresh mal alle jetzt sehe ich auch die zuschauer ja technik geht aber gleich gut los sie fahren das skellige bin schon gespannt ja hab ich wie ist wie passt es denn es ist spät so laut viel spaß ich habe einen guten heimweg ich bin ich kann lauter moment ich kann sonst in kurz in gehen kurz gleich noch was machen ich weiß nicht ob ich diesem kapitän noch vertrauen soll wenn er sich jetzt schon besorgt das schöne abend rot alles klar mag gleich in game alles klar mag gleich in game Das stimmt wo. Yeah, Piraten! ach geht gut los ok dann muss ich das mal kurz hier machen auch hier habe ich schon noch von dort da muss ich das so zu machen so was habe ich die steuer noch kann okay das und als regner aber das auf dem trat der müffel da war das stinkwoll ins hergezogen so ein mass-auf-kopf kriegen ist das schön da war ja mal eine schöne überfahrt für 1000 geld es geht ja als gelieck hoch wie komplette denn hier Mit Rahmenprogramm. Leichenflatterer. You're wearing clan-on-crate colors, or at Skellig's their island. On the Atropos, were you? Yeah. Thought the captain had a deal with you. With us? Meaning who, exactly? Might have arranged something with Lugos, but Crack? Nay. Clearly should have, though. Outlander ships aren't welcome in these waters. What about you? What are you seeking Skelliga, eh? Agreed to meet a sorceress here, Yennefer of Vengerberg. She's supposed to be on Hornskellig. There's a witcher, Kertrolder. Crocs guest. Could be the one you're meeting. That's Scorn I hear in your voice. You've good ears. Folks say this witcher got Croc wrapped around our finger. Horns are everyone about. Word is, she's vicious at it. But a hag's a hag. Very good. Seen her. Know what the sorceress looks like. Aye. Where's black and white? If not for her tits, do you think she was a beached orca? The fact is, even those who see her for a wench and gladly push her out to see. Tits and all. Yennefer is not all bad, once you get to know her. Take your word for it. Lower the way to Kertrolder. I expect I'll find it. Head north. Then turn west towards the bay before you come to the bridge. You'll find the Jarl port site today. Your sorceress ought to be there too. All right. So long. Steingrim. Und wer heißt der Wolf? Äh, Trofast. Und äh, der ist in der Weg. Moment. So. Jetzt kannst du zu deinen Herrschern laufen. Was waren das grad da am Himmel? Ich hab da was gesehen. Was sind das denn für welche? Die kenn ich nicht. So. Erstmal speichern. Hm. Ha. Neuinsel. Neues Glück. Naja. Große Möwen. Okay. Da muss ich hin. Ob ich. Okay. Okay. Das sind mehrere Inseln. Die man hier bereist. Wieso habe ich hier schon eine Schnellreise aktiv? Wieso habe ich hier schon eine Schnellreise aktiv? Hm. Okay. So. Schauen wir mal. Der hat es nicht überlebt. Oh. Bisschen Blutmus. Ob das wir unser Schiff ist? Vielleicht. Komm ich da am besten hin? Oh. Hier ist nicht tief. Das sind Sirenen? Was? Die kommen fliegen? Okay. Ich hab mir jetzt eine Sirene etwas anders vorgestellt. So. Das ohne Flügel. Oh. Oh. Nehmen wir mal das A-Zeichen. Wo ist die abgestürzt? Die klingt wie die Drachen aus Warcraft ey. Meine Gülle. Die aggressiv. Ja. Ach. Monsternest ist hier direkt. Komm her du. Ja. Ist sie grad vom Braunhaarig auf Blanc gewechselt? Hatte sie geschlagen hab? Sah ein bisschen so aus. Weil in der Luft sahen sie braunhaarig aus. Hm. Na gut. Hm. Magik. Ein Platz von Macht. Hm. 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 Überlebende entscheidest nicht zu geben zu haben aus dem Meer. Hm. Hm. Der Gary nimmt immer so fancy Sachen mit. Ja ja. Man kann alles gebrauchen. Sei es ein Schädel. Oder ein paar Stimmbänder. Alkohol ist immer gut. So. Ein paar Ohren sind hier. Hm. Kann ich dann nachher Notgad wieder eintauschen. Dann. Ich hab's für sie verurteilt. Ah. So sieht ein Serienverstecker aus. Okay. So. Granate drauf. Und. Bam. Fand die eine wohl jetzt nicht so geil, dass ich das nächste Kaffee gemacht hab. Oh. Das ist eine. Eine andere. Wie heißt sie? Echidna? Scheiße. Jetzt liegt der da ganz blöd. Ich bin aber blöd, dass ich hier auf dem Schiff kämpfe. Äh. Ah. Hier. Ah. Hier. Okay. Für die hab ich Erfahrungspunkte gekriegt. Die war wohl besonders. Wahrscheinlich gibt's für die einen Auftrag. Wo sind ihre Hinterlastenschaften? Die sind jetzt runtergeflogen. Hm. So. Alles mit dem was geht. Ach da. Lahm. Ja. Haarlocke. Okay. So. Oh. Das ist eine Kiste. Drakonenlede. 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 Eiwahl ist mitnehmen. Ich hab den Platz. So. Abruppplatz. Ich hab da ein Pünktchen zum verteilen. Habe ich da irgendwas? Ah. Hier. Krafttraining kann ich noch. Oh. Werten. So. Starke Schläge noch stärker. Man kriegt noch einen Slot. Level 22. Schön. Oh. Was habt ihr hier verpasst? Also. Hauptstory mäßig bin ich schon in Novigrad und in Welen gewesen. Hab da niemals nur Spuren von Sire gefunden. Die hat irgendwas mit einem Elfen-Magier am Hut. Und. Äh. Hat eben ein Artefakt in Novigrad reparieren lassen wollen. Was wohl Flüche aufhebt. Wir wissen aber nicht was für ein Fluch. Und wer verflucht ist. Hoffen natürlich dass es nichts hier ist. Und. Haben währenddessen. Eine Beziehung mit Triss angefangen wieder. Und. Äh. So das eine oder andere Stelle ich auch gehabt. Und. Skellige ist jetzt hier unsere. Letzte. Hinweilstadt zu wollen. Wo den. Ich nehm mal den ersten Akt. Angehend. Was war das? Skellige. Warum liegen hier. Bei den Stöckern. Geld. Das sind alles ausländische. Leute die hier gestorben sind. Weil das alles ausländisches Geld. Weil aktuell zahlt man hier mit. Äh. Äh. Wie heißen die denn noch mal. Störsumme. Ich hab nämlich den Namen grad vergessen von Geld. Rohren ist die alte Währung. Fluren. Kenn ich gar nicht. Ehrlich gesagt. Das aktuelle. Geld. Kommt halt aus. Äh. Nilfgaard. So. Wo ist denn hier der nächste Ort. Ranwack. Ich geh zu Fuß. Mal ein bisschen. Geh in der Kunden. Äh. Super schwer. Kann es mal wegstecken. Was ist das? Schildkraut. Hab ich ja nicht mehr als genug. Oh. So. Aber was zu essen nehmen. Oh. Ich level schon wieder bald auf. Das ist schön. Neue Markierung. Ne Bulkierung. Ne Abzweigerung. Hätte ich jetzt nicht erkannt. Hm. Der Ort war hier lang. Boah. Bisher keine unbekannte pflanzen. Nahe Blut charming meter zum Odoo. ich bin ja gespannt was ich hier an schnipsen bei den tavernen kaufen kann weil mir geht ein bisschen der redanische schnaps aus den baue ich für den trank weiße möfe und den baue ich auch noch zum weiterverarbeiten jetzt nur noch schön kraut das sind dass wir so viel neues über konnten eine verlassene städte herr trunken dann sind wir tatsächlich kraft von öl da draus vampire habe ich unten stark seid ihr denn hier da wird so jetzt wie was bist du denn da der sieht anders aus der trunkener toter weißt du mal nicht aus so haben wir doch drehen bei den leuten von skellige geholfen wenn ihr hier wieder genau was hier machen ich glaube holz stämme farbe leuten hilft ja hey das ist unser geld schön dass auch alle unseren namen schon kennen ich glaube ich hab zwar mehr als gedruckt von den zeug aber also nein bei ertrunkene ertrunkene riechen nicht schön hoch sorry oh da ist ein händler es hatten der schönes rüstung wo den sattel aber der schlechter hat es mal einer so kann ich jetzt hier nicht vergleichen schon kam für renntpferde habe ich selber die habe ich ausgerüstet könnte man sich überlegen aber vielleicht finde ich ja was schönes was ist das denn hier ein markeloser rubin brauche ich bestimmt später für irgendwelche upgrade was ist das denn rüstung stufe 30 klingt gar nicht schlecht von 100 prozent gift resistenz ist schon geil hier wie ich denn habe ich glaube ich den schrott den ich nicht brauche da bin ich hier ist das denn hier für einer der kann zum beispiel weg der wiegt mega viel und bringt mir nix soll kloppen der kann weg ich gelten hat dennoch 180 dann kann der noch weg da hat er nicht mehr genug geld für schade ich hätte auch gehofft dass er vielleicht ein paar karten verkauft das sonne ist nur ein schleifstein moderne steine werfen der hier möchte bestaune hexer werden so wird er übt geistblatt das kenne ich glaube ich noch oder habe ich zumindest nicht so oft so sind mir so die rahmen so aufgesteucht das wird trotzdem auch nahe hier an da lauf weg hier schlaufe ins in stadt hier werden rennen gemacht gleich gleich pferd rennen machen so was haben wir denn hierfür aus hänge manchmal sind die auch ganz lustige einfach so die einfach lustige geschichten jetzt sind also inzwischen zwischen tüchtigen opfer hatte frauen die den gestern sind die zu gut verbrüchten ok hier sucht jemand nach nonnen ok ok net 10 schafeln und fast bester mit wenn man die ranzug treibt warum warum eine katze ein hund und eine schlange was haben wir denn hier für aufträge es wird um hilfe ein typischer fluch da klingt das an und der vermisste sohn aus gelegen der mann vom festland ist dieses mein sohn oliver ist ausgezogen am antwort so und nicht zurückgekehrt okay dann mit lotharen das oder hinten und vermisste so dass wir hatten die christ ok dann erst mal das ist das die weide hier greetings greetings sieht aber jung aus mind if i have a look at your herbs was hast du denn für kräuterchen hast du auch liqueur oder so was das hier brauch ich öfter das wird doch direkt mal weggekauft Äh, was ist das? Oh, Bierenfett. Das brauch ich auch mal wieder. Äh, was hat die denn sonst so schönes? Irgendwas, was ich nicht hab oder sehr selten habe? Muss doch mal immer wieder in die Alchemie-Liste gucken, was ich eigentlich so inzwischen herstellen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich bräuchte hier Kirschlikör hauptsächlich. Für halt... Weiße Möwe. Dafür hab ich nur noch zwei von. Und... All raunen Likör hab ich gar kein mehr. Und Redanischer Schnaps geht auch langsam noch aus. So, ähm... Aber erstmal gucken. Was brauch ich denn hier? Ich brauch mal noch das Gift an der Kraftspinne. Ich hab bisher nur eine Kraftspinne im gesamten Spiel gesehen. Und die hat mir nicht das Gift gegeben. Äh... Dafür brauch ich Kamin. Das muss ich herstellen mit weißer Möwe. Das heißt, ich brauch dann wieder nach einem weißen Möwe. Hier das selbe Problem. Was ist das? Achso, das ist äh... Red Cross. Was brauch ich denn für Kamin alles? Da fehlen mir die... Zaunrüben. Ach, die finde ich sicher. Die findet man öfter ja an Häuser mit ihm. Äh... Was wollte jetzt der andere Trank? Das grüne, ne? Rebis. Das kann ich dir herstellen. Mutterkorn sah. Kann ich mal gucken, ob die die hat. Und Piment hab ich noch ganz wenig. So, äh... Moment. Ich brauch doch noch mal ein paar Kräuterchen. Regens. Da. Äh... Piment hat sie. Das muss ja das hier sein, ne? Ja. Äh... Kann ich mal erzählen. Was hat sie denn sonst so hier... Ist das denn das Zaunrüben? Ne. Das hier. Ist ein Weinstein. Wofür man auch immer Weinstein braucht? Ist das Pilze? Oh. Was ist das denn hier? Auch das Blutmoos. Ah. Sie hat die Zaunrüben. Oh komm. Kaufe ich mal irgendwelche. Da brauch ich nicht suchen. Ich hab ja genug Geld. Sechstausend noch auf der hohen Kante. Liste, Zweige, alle weggekauft. Ich hab gesehen, davon hab ich auch nicht mehr ganz so viele. Äh... Das war fast erst mal. Oh ja. So. Dann... Äh... Ah ja, das krabbschmeckengift. Ach scheiße. Ich hab ja... Nicht genug für... Weiße Möwe. Äh... Oh. Ein Kaufmann. Hast du Fleckkarten? Grüezi. Schau dir bei dir? Show me your wares. Ja. Ne. Halt. Aber er hat Schatzkarten. Er geht zum bewerteten Reiseführer aus Spiegelung. Äh... Ich kauf die einfach mal. Äh... Das gibt sicher noch ein paar Dinger auf der... ...Bakekarte ist frei. Ja. Einfach mal alle kaufen. Was sind das hier? Äh... Ja. Mindere Sattel. So. 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 Hey there! Komm, take a Gander! Wofür hab ich denn jetzt grad... ... hab ich grad Erfahrungsmutter für immer zugekriegt? ... ... ... ... Äh... ... Was sind denn die Papiere? Hier aber. So. Geht nicht ein Schatz gelesen. Nein, noch nicht. Was ist das hier? Außer das ist der Film des Saisonauftrag. So. Ja. Einfach mal wegklicken. Ich will nur die... ... Markierungen haben. Sehr schön. Ach komm, ich mache eh das Pferde-rennen. Bevor ich hier den... ... eigentlich mit dem Fluch helfe. Plätze, komm mal her! Dann wird doch direkt nach morgen gespeichert. Spreche ich jetzt mit dem schnellen Ostwald? Ne, ich habe mit den Rennleitern. Ah, das ist du! Erstmal, du hast einen Platz in den Heros-Pursuits zu suchen. Willst du hier auch rein? Ich weiß, du bist hier. Äh... und... boing! Ja genau, wurde es weitergeradet. Äh... Der Erstfremde, der bei den Heldenrennen mitmachen will. Äh, klar. Ja, ja, okay. Ich könnte sogar gewinnen. Wenn dein Renn ist so schwer wie dein Gespräch, wer weiß. Hör auf, Leute! Die Renn ist jetzt zu starten! Rennen für die Glück, die große Mutter oder Speedy Oswald! Oh, ein Rennen gehen zwei Leute! Das ist interessant. Das hat man immer am meisten mit Duelle gehabt. Hör auf, Leute! Hier fliehen die langen Schiffe aus der Bange. Rennen für Freya! Nichts sind die allein, keine Nummer! Nichts sind die allein mit dem Heftelraum! In sich allein und auf, Leute! Ist der allein mit dem Fall so weit? Wie viele Heldenrennen gibts hier? Woll ich das? Nein! Ich kann keinem fahren! Der Speed Oswald! Ha, ha! Der Speed Oswald! Nein! Wahrnehm, das ist der nächste Reihe! Wie viele Heldenrennen gibt's hier? Oh, ich das? Keinem? Keinem kann einen Speedy Oswald, haha! Keinem? ab wolf auf der schrecke ich habe mich auf die mini welt geachtet ja ich muss darüber sprechen so der gegner ach so die sind unter mir irgendwo ach das war das hier ok ich habe gerade überhaupt nicht auf die strecke geachtet was ist denn der preis erfahrungspunkte 80 kronen kronen waren die währung genau und serikanische scheuklappen ok das hell drin von kehrtreude habe ich jetzt abgeschlossen schau uns doch direkt mal die scheuklappen an ob die was taugen ja da ich mal anziehen quest kein schokotörtchen nein kein schokotörtchen hier sind ganzen helden rennen wo ist denn das alles schauen wir mal das ist ach so das ist das ist das entrinnen ok das sind wahrscheinlich die qualifikationen das ist wahrscheinlich auf den anderen inseln oder auch nicht ok kommen wir ja wenn wir da dran vorbeikommen machen aber jetzt gehen wir mal zum lothar und fragen mal was alles so sein problem ist und wie wir ihnen helfen können gegen entsprechende bezahlung oder auch ganz schön abseits seiner familie oder es lothat der weiterlad des ortes das kann natürlich auch sein wenn ihr mal ein meine fein interrupt bei kreis hat er nicht mehr gemacht hier haben truppe kurs Ja, ich bin. Look, ich sehe es liegen da. Horscheid auf der Pole. Das ist... A knifing. A kind of curse. Sehen das vor. Da ist nichts zu scoffen. Das bringt mir fortune, even death. Aye, und die Name auf der Seite ist Tialva, mein Firstborn. Boy's feverish. Grows weaker by the day. Ich schaffe ich ihn bevor die nächsten Morgen. Das war doch ein ziemlich mieser Flug, ey. Oh, Alter, die Wahl ist ja sehr schön, sehr gut. Das ist ja sehr gut. Einfach mal so Namen draufschreiben, so, Ja, hier, fick dich. Oh. Oh, Fußspuren. Trailer ist frisch. Hm. Ich möchte ein bisschen schauen. So. Kommt aus dem Wald? Oh, er hat was hier liegen lassen. Ein Schal oder so? Was ist das? Ein Mädels Schal. Ein ständiger Pattern. Oh. Ein ständiger Schmuck. Okay. Na, Gerard? Kannst aufhören zu schnuppern. Ah, danke. Hm. Es war also eine Frau. Hat er vielleicht eine Frau veräckert? Ah, ja. Ah, ja. Schnupper, schnuppern, schnuppern. Ja, Schunkkutürchen sind auch immer lecker. Oh. Kriegen den Dance in gelegt. Ja, ja. Wenn er nicht von alleine da weggehen möchte, muss er halt tanzen. Ja? Toll. Fragen wir direkt mal hier den Odin. Du, Odin? Ich bin. Hörst du mich, Sonny? Oh. Ähm. Da war ich mal eben kurz. Let's talk about my reward first. Now Dance. Äh. 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 Es ist viel. Ich brauche, um den Kinn zu kaufen. Aber du hast es. Du hast keine Kino für mich. Ich denke, ich dachte, das ist jetzt die andere Christel. Wo soll ich deinen Sohn suchen? Easter hier. Während der Ruinen der Fortress. Er ging da mit ein paar Robben von Pharoah. Er hat ihn in der Tavern gefunden. Er hat sich mit einem Kinn zu spüren. Er hat sich mit einem Kinn zu spüren, um ein Kinn zu spüren. Ich habe gesagt, Sonny, Pharoah ist ein Lager zu einem Mann. Du musst ihn nicht mit ihm verraten. Aber er hat besser wissen. Wie ist er im Moment? All I know is he doesnt listen to his father. Pretty typical for his age. His name's Alve. A cheer for lad, a bit of a lisp. Not a special about his looks. Except last I saw him he was wearing a yellow tunic. Lovely. None other like it in the village. Got it from a year back, on his birthday. That oughta do it. I'll look around. No promises, though. ich wollte wegen des schals fragen wie frage ich denn jetzt wegen dem schal? kleine der frauen was hast du zu tun? oh vielleicht hier, frau Kräuter wie frage ich denn jetzt in den schal? was willst du von mir? du musst ja eigentlich jemand sein, der einen namen hat du musst normalerweise huch, sorry keine geräumt, keine geräumt hm kein Gott gleich hier zu rotzen okay, der hat auch kein bock auf mich hä? wie soll ich denn hier fragen wenn keiner mit mir reden möchte sorry alter Maden, ich wollte nur mit dir reden ist jemand am haus mit dem ich reden kann? na na hä? hm ist das irgendwo hinterm haus? das hier na fragen nach dem besitzenden schals würde ich ja gerne tun, aber hm bisher würde keiner reden und das hier und also der mit mir redet ist, der dessen kent ich zoomen muss bevor ich hier aufsehen die quest hier bei ihnen abbreche ach ich kann ja auch gar nicht mehr mit dem reden oder das hier wie willst du denn hier reden? boah wie ist mir doch das zu uns Ohr aber dir was ist das du brauchst? any chance you know who wore this shawl of course Yona, our herbalist lives there in that hut oh, she'll be pleased you find it for her ok ok, die Kräuterfrau ist es aber das ist einfach nur so stumpfe imbizilte Hame war eh jay sorry Yona, erzähl mal warum hast du den Typen da verflucht oi 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 found your shawl near Lothar's house by the knife and you put up there how did you know? I had a hunch thanks for confirming it you know Teald has got one foot in the grave good, that bastard should never have been born me, I was to be Lothar's bride but he cast me aside for that flounder getting his comeuppance now him and that whole plowing family what? you'd kill a child out of jealousy? are you serious? it's not jealousy but dignity that matters here ten years we lived side by side ten years I cooked for him, washed his breeches shared my bag and he abandoned me with an aerial word who village laughed stupid and Yona let herself be had no, I have not been had nor have I forgotten I want you to lift the curse I mean it fine, I'll do it but I've my terms Lothar's to renounce his son and come back to me I'll be sure to tell him but I think we both know what his answer will be Do I do not know what he does What I do That's what he must decide do I do not know do I do not know Do I work with his son I mean he Do I, what he did I think this Do I do not know I'm happy with that do I, what he is So, du weißt, wer hat die Nähting gespielt? Ein altes Freund von deinem, Yonah. Ach, vielleicht hätte ich gedacht. Jealous, b****! Ich kann nicht sagen, dass die anderen glücklich sind. So, hat sie gesagt, das? Ja, sicher. All das du musst tun ist, dass du deine Familie renommst und zurückkehlt sie. Nein, niemals! Meine Frau, mein Sohn! Ich würde sie aufhören. Ich würde sie aufhören, Yonah. Ich würde sie aufhören, Yonah. Ich würde sie aufhören, Yonah. Ich würde sie aufhören. Boah, ist das eine Entscheidung. Keu der V-U-Mingolin! Jösses Mal sehen! Oder er ist... obwohl. Er wird früher oder später wahrscheinlich dann auch dran sterben. Aber, erstmal ist sein Sohn dran. Naaah. Boah. Ich kann dafür stehen, dass sie... Ach, komm, ich kann's nicht tun. Ich kann das nicht tun. Yonah nicht verdient. Und mein Sohn? Hat er das? Nein, aber er muss nicht sterben. Du hast eine Wahl. Alles klar, wenn er uns zu retten will, ich gehe zurück zum Hussi. Und du? Best nicht dein Gesicht hier wiedersehen. Ja, ja, ich schau dir aufs Maul. Wow, drei Erfahrungspunkte, gab's so viel. Ah, sonst war nicht viel im Ort, ne? Ich hab' nicht mal ne Taverne gesehen. Und das ist auch noch ein Örtchen. Was ist das denn hier? Schau wir mal. Äh, die Richtung. Ich bin ja jemand, der gerne erst erkundet und dann die Hauptquest in mir angeht. Und daher... Kann ein bisschen dauern, bis ich zu diesem Hafen gehe. Äh, noch ein bisschen südlicher. Der das Band dienten? Ja. Ah, das ist doch Bogen-Schütze hier. Wo kommt denn jetzt dazwischen? Hä? Oh, war jetzt ein Schwarzblende hier. Das verstehe ich nicht. Ach so, weil jetzt hier normale Leute sind oder wird. Okay. Huch. Warte, Schasse. Okay. Jetzt hätt' hier normale Fischer. Ich hätt' den gern noch gedootet. Äh, 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 so. Glaub ich hier alles? Mal schauen. Wie kann da... Ein wertvolles Fossil? Ist das ein Quest-Gegenstand? Nö. So. was sonst ist okay whatever wo der bühne so ich bin jetzt das nix ich gehe es auch kosten da ist wieder das war nicht noch mal damit ihr reden können was sag ich das blaue hier aber das ist doch sagen wir uns noch ein bisschen anders aus zumindest von der pflanze her wo ist das ein schmied nach dem butscher ist das kaufen nein danke kein bedarf an leber das hier keine nebenkürst das finde ich komisch naja vielleicht kommt noch eine an der sieht mal Jenga Fred! Was ist das? Hast du ein Kontrakt für mich? Kannst du. Wenn du mit mir ein Partner zusammenfasst. Ich kann dir eine Exception machen. Es ist nicht jeden Tag, dass du mit dem größten Bounty Hunter im Norden der Yeruga arbeiten kannst. Jenga Fred selbst! Äh, wofür? Ja! Das hilft nicht viel, natürlich, weil sie auch füttert von Arsene. Nein, ich habe ihn nicht kennengelernt. Wenn du so, schau dir auf. Sie sind schnell, dass ein Knopf in einem Manns Husten stecken. Oftmals nur wegen der Begründung. Ich glaube, dass sie das mit einem Wälder versuchen. Du wirst nie wissen, wo das ist. Okay, ich gehe bald bald. Ich habe noch nicht da gesehen. Sehr gut. Wir werden uns bald wieder treffen. Okay, uh, tschüss. Die treue Geschittierte Großbadbrüder. Die könntest du beimachen. Vom Level her. Uh, das ist doch ein Händler. Ja, Karten spielen. So, ich spiele mal den obligatorischen Eins. Habe ich eigentlich neue Karten bekommen in letzter Zeit? Keine, die sich wirklich lohnen, hier reinzutun. So, wie sieht das eigentlich hier so aus? Ich bin ohnebleibend drin. Das bringt es eigentlich... Ich weiß nicht, ob ich Ritterspornen rausnehmen soll. Aber... Vielleicht wird er noch nützlich. Wir haben jetzt eine. Ein blaues zu... Wird schon passen. Haha, ne schöne Runde, Quint. Äh, jetzt habt ihr ja auch glaubt, was man anfängt. Shit. Was haben wir denn so? So, Ciri, Geralt, Klappwild. Einen hiervon. Einen hiervon. Uh, zwei davon ist schlecht. Äh, Regen weg. Oh ja. Hm, der bringt mir eigentlich nix. Oder bringt mir der... ...Rittersporn auch gar nix. Schade, kann ich bin nur noch die Hand gekriegt. Hm, wie spiel ich denn jetzt? Jetzt spielen wir unsere Klernkämpfer. Okay, geht auf Artillerie. Das ist interessant. Hm. Hm. Schwere Wahl. Ich glaub, ich geh auch mal auf Artillerie. Zumindest teilweise. Pärsch mit Nebel. Ähm. Hm. Ja, noch nicht. Ich fahrt noch ab. Ach, ein Katapult. Okay. Oh. Das haben wir zuerst hier aufhören, Karten zu spielen. Ach, come on. Das wird mir nicht viel bringen. Ich weiß noch nicht, ob ich ein Lebel lichten soll, nicht. Ich hab ganz schön viele hellen Karten. Ah, komm, Nebel muss weg. Na, shit. Hat natürlich eben jetzt in den Karten geschmiert, aber... was soll's Jetzt passt er. Jetzt. Und hi Ase. Na, wie geht's? Natürlich passt er jetzt. Komm schon. Gute Karte. Ja, alle Spiele und sehr gut. So. Oh, für den nichten und den hellen. Geil. Okay. Jetzt ist ein Katapult wieder. Tschüss Katapult. So. Das mache nämlich ich. Ha. So. Schauen wir mal, was er auf der Hand hat. Gutes Wetter. Das war eine einfache Runde. Schauen wir mal. Ja, was kriegen wir? Das übliche. Oh, im Lared. Ist das nicht eine der Anführerkarten? Und... Ich merke jetzt immer, wie das der Quintkartensatz in dem Menü drin ist. Ah, ne. Doch, ne. Ist ne hellen Katapult für Monster. Geil. Oh, ich hab einen Kaira haben bekommen. Hab ich gar nicht dran gedacht. Ne Gorgo. Ne, lass mal weg. Geil. Ja, ja. Den Spruch hast du eben schon gemacht. Was ist das? Was ist das? Allroundiker. Ja, damit. So. Ist das dann eine Taverne? Null. Äh. Ich bin gerade erst angekommen, ja. Deswegen. Äh. Aber. Ich bin jemand, der gerne erst erkundet, bevor er die Hauptquests macht. Also ich bin eben erst angekommen und hab hier auch schon ein paar Serienplug gemacht. Hab hier, wie ist der Ort? Ein Randweg, äh. Ein paar sind wieder zusammengebracht. Sagen wir das mal so. Und, ja. Alter kriege schlicht es sich Beute zu gern. Mh. Mann gesucht. Ich heiße unter mein Dach einen hübschen, unvermähnten Mann willkommen, der mich in der Nacht wärmt. Er muss blond sein, eine gute Figur, einen dichten Bade, frischen Atem haben und kräftigen Lendenmasser sein. Okay. Tja. Anders fällt, dass sich jede Nacht in meiner Scheune für genug Kehn voran das Rammeln. Ich hab die Stauze voll von euren Nerven. Das nächste wage ich euch mit der Peitsche nach vorne. Okay. Äh. Ich leere einen willigen Jungen mit scharfen Gehörungsstunden. Äh. Das Spiel des Dudelsachs. Ja. Vermisste Bergleute. Bounce und Männer sind auf der Suche nach Erd in den Meer gezogen und nichts zurückgekehrt. Okay. Ähm. So. Kann man lösen. Äh. natürlich schon wieder zu hoch r wo soll das denn alles sein das ist gar nicht so weit weg ich glaube da gehe ich hin da komme runter ich dachte der ist jetzt nach süden gegangen stattdessen wird was ich hier an nicht angezündeten feuer auf ja was ist was ist denn hier oben los das ist eine richtige schlussruine hier geht erscheint nicht hier zu sein so ist nichts was man hört ist aber eine schöne gegend hier jetzt gelinge nimmt järgen ach hier ist noch ein haus was steht aber so mitten in ruinen hier 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 das ist doch gut wo wo wollte ich denn jetzt hin und meine markierung kann weg was ist denn da unten am weg ich lasse mich nur so selber lenken aber ich werde alles erkunden versteckter schatz das der schutz von früher wohl nicht lang gehalten so das stimmt der mix meine gülle das war mal nicht also den abstand zerteilt das war soll ich gerade sagen genau dass sie nicht auf dem haufen stehen sollen wahrscheinlich was hinterlassen natürlich ist es unter wasser nach das ist ja schon wieder ertrunkene schriftlich moormixer schriftlich ertrunkene tote kohle gemacht also von uns ist zwar erst eintauschen aber der war nicht arm so was kann denn das schmerz nix einfach mal nix wo wurde ich jetzt da lang konntest du mal dahin orientieren ich jetzt hatte die christ natürlich wieder nicht drin neben nebenquels praktikum bevor geschredene alchemie mit der sicher tolle rezepte die ich noch nicht habe ich bin auch gerne bei menschen auch zu fuß rum zu laufen ich benutze platze relativ selten muss ich sagen weil ich den kampf vom pferd aus auch nicht so dolle finde was haben wir da ach in der jagen packen wir doch direkt mal insektengift drauf äh das hier ja so guten tag hauer die könnte schon was um drehen wir mal sicherheitshalber ein schweibel dann ein kohlen auf die rolle das wissen schneller geht wasser mein donner der blaue hier ne das schnellsturm ich hab da eben kein schnellsturm mehr benutzt vielleicht dauert es aber auch nur 20 sekunden also petris filter wo ist das denn hä ich hab so viel tränke und absurde ich find meine tränke nicht mehr wieder schwarzes blut ob ich ein äh das ist donner so ich hatte irgendwie im kopf das er blau soll aua da und die schützt um abwarten ganz gut gehen die genau bleibt alles schön liegen ich habe kein essen drin ist nicht aufzunehmen wir haben schon ganz schön rein au 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 so wird man zu finden raffert absolut kaffee ich schon gezaubert habe das sind doch drohnen aua hau nur wenigstens zu mal anstrengend als gedacht geben auch gutes zeug her und ich bin aufgelabelt wenn wir dann mal die reichweite um einen meter ich wollte hier so ein richtiger mehr machen klebetransport das ist ein überdosis schwellen wird das klingt gut schön immer bei jeden tag ein bisschen heil gar was er ist und schöner wald ich wollte zur karte ich bin der weg da hin ich kürze mal trotzdem weiter auch nurin was das war eine verlassene sägenmühle ein waldschrat was war noch mal waldschrate für wesen ich hab's gerade nicht mehr im kopf waren das redakte war so ein relikt aber ich habe offiziell hat er die mittelbomben ich hab's denn hier neu wahrscheinlich höhere vampir da lebt es ist noch mal gewesen dass sie trinken wir vorsicht aber schon mal so und einmal den hier mittelbomben da ich will was so nett wie die auseinanderfallen ob ich dafür noch jemand bezahlt vielleicht im nächsten ort so ja ich habe holzfälle geschickt aber die kriegen kein holz mehr ist das denn hier ein tagebuch oder so und die sagen es sehen will aus der drohen sind auf dem kriegsfahrt nach ihren worten folgenden taten jeden morgen wer wird zum bühne kommen fänden wir mehr beschädigte und zerstörte ausrüstet gegendchen letzte nacht hat jemand eine axt in wild tür geschmissen die leute haben angst ich werde letztes mal mit den ruinen sprechen dies muss ein ende haben also die druiden haben einen waldschrat beschworen nehme ich mal an um das um ihren ball zu schützen oh ne kiste ok lief an die frau einer ist verschwunden ein bisschen öl und dahin ist noch eine hütte was auch hier müssen wir das war eintreten altes schaaf und ein brief eines zu ihnen ok also du wehen sind doch nicht schuld zumindest klingt das so hoch habe ich jetzt auch wenn das gelte was dann bitte der kiste was läuft denn hier schon wieder rum schon für der interiagen der hat sich mal wieder die falsche christ ein geholt praktikum wir machen ein praktikum ich hoffe wir haben die bewährung richtig geschrieben wenn es damals schon die kindform gegeben hätte wo ein schneehase was so ein schöner dichter wald das ist ein großer baum ist das so eine Tränen Traube oh ah Deroiden Hallo Nö das sah umsieht besonders so aus OH DAS IN DEM QUEST ah ah oi step over here ja ja Moment bin doch bin doch da heard you calling aye because I was I thank mother nature she didn't skimp on my voice as she did with some others I know one of us a gill went mute all of a sudden no spell or potion helps him but it is said strong emotions and experiences can restore speech so I thought perhaps I'll pay you of course give you an excellent Gwent card suppose I could try but I wouldn't even know where to start you want me to scare him aye good good that should do it scare irritate whatever you wish provided you do him no harm you can usually find a gill near the hallowed oak hmmm hmmm er schreibt mal jemanden ohne ihn zu töten hmmm eh ich dachte der ist da oben scheinbar der falsche baum welches feuer das brenn ich mal uuuuuh dein feuer ist aus hmmm tin pots stand to make a lot of noise maybe give him a smack once he's asleep hmmm eher mit art wa ok was haben wir noch hmmm oh was ist denn das hornets nest known to have therapeutic uses in shock therapy for instance ach du scheiße äh hat das hat das geholfen? ja ja dann mach mal dein feuerstein an dann mach ich's aus was für ne stufe chris ja komm mach mal dein feuerchen an uuuuuh das feuer ist ausgegangen phh ah sehr gut 3 years 3 years none a word none a peep until today you make me break my vow coffee oooh Tut mir leid, ich bin reingelegt, oder? So, Kadeherr, du Arsch! Was für ein Arschloch, ey! Kann ich dich nicht selber erschrecken? Ha! Heard him screaming, clear over here! Grand work, Witcher! Your reward, as promised! Ich hätte nie gedacht, dass... ... ein solcher Moor haben könnte! How about that? Beard Dandu is waste and a toddler's sense of humor. Good luck to you! Dann bitteschön, ein Bart bist der Teil hier! Hä? Was? Was? Wart der bisschen so lang war? Der geht nicht... ... doch maximal so... ... bis mir. Hä? Hä? Whatever. Yeah! Eyowett! Geil! Eeeeee... Ohjaaa... Direkt mal reinbauen! Bevor ich es vergesse! Das er immer wieder auf den Hauptcrest schalten muss! Und dann! Ohjaaa... ... ... ... ... ... Ich bin ein Traut, der zu ihren Spauern kommt. Ich sollte, was ich bitte. Jetzt lass mich sein. Okay. Achso, das hat schon mich fest vorgetrieben. Oh, ich muss noch mal was da stehen. Warte. Ich will, dass du dein Wissen verbrechen kannst. Ich will mir Alchemy. Mein Apprentiz? Das ist richtig. Während du da bist, hast du Uderic gefragt, ob er Spikarog mit dir verbreitet wird? Ich bin wirklich ernst. Ich dachte, das ist so. Mach mich nicht lachen. Ich habe mein Leben an Alchemy. So, ich bin ein fucking Hexer. Ich habe mehr Bote geschluckt, als du Dämpfe eingeabtet hast. Wenn du denkst, dass ich dir einfach zu dir verbreite, was ich durch Jahre von Sacrifice und Teile lerne, dann bist du falsch. tief. Ich verspreche dir, ein guter Schüler zu sein. Ähm, den müssen wir überzeugen. Kann ich dich irgendwie verbrechen? Oh Gott. Du bist so verbrechend wie ein Godfly vor einer Sturm. Okay. 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 There's a way after all. Get off your high horse and listen. First, you must bring me a pimp and ale from the Muskogen forest. Second, I need a bottle of spirit from the old distillery on Hale Hill. Mmhm. Finally. Convince Fritjof, der helft mir performen. Er ist ein Druid, wie ich bin. Du findest ihn da, Blandara. Ich glaube, er ist da, aufgrund eines Importes. Also, was wird es sein? Okay. Okay. Ich werde das machen. Aber dieses Ritual, das du möchtest, wollen. Was ist das denn? Wenn du mein Freund sein möchtest, musst du zuhören fragen. Ich entscheide, was dir zu erzählen und was zu tun. Jetzt geh. Chop, chop. Bevor ich meine... Wow. Ähm. 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 Kannst du bitte einen Schritt zurück gehen? Ah. Danke. Pfff. Ah. Ich kann schon weit weg. Wunderlegen. Das ist alles sehr südlich. Oh. In Blandara war ich schon. Gibt's ja eine Schnellreise? Wahrscheinlich nicht so. Aber... Wenn ich schon hier oben im nördlichen Zipfel bin, kann ich ja mal hier hin. Und das ist näher dran. Geben wir erst da hin. Wird da bestimmt auch ein Zentler freigeschaltet. Was haben wir denn da? Was ist denn das? Hä? Ach, Wölfe. Oh, weißer Wolf. Das ist wirklich nicht wichtig. Ah. Aua. Aua. Oah. Es ist wirklich nicht gedacht. Es ist ein Lorbeiner. dass sie hier sogar die wölfe mal wieder lohnen abzuschlachten vom level her auf westland die sind alles so niedrig lehrt was ist das ist das so kohle ich glaube das ist ein golem oder genie 27 das geht ja noch das konstrukte und wenn ich mich nicht falsch erinnere aber ich guck drauf so mann nach unten erd genies genau keine gemieterbomb und das das verknappt soo, komm mir du blöder Steinhaufen oh fuck nein oh fuck äh, noch ein bisschen weit weg soo komm wieder her komm komm was da ne das ist nicht du wie sind denn übrigens das war knapp und weg mit dem steinhaufen der hat immer noch einen Lebenspunkt mal schauen ob es sich gelohnt hat neue Stiefel die vielleicht gut sein können und ja ich verliere halt ein bisschen was am Leben aber der Rest ist gut die ziehen wir an das bisschen Leben kann nicht kompensieren was wechseln hier so ein bisschen als Printraum gut dann mal schauen wir mal ob ich über diesen Hügel komme oder ob man sicher runterkommt was ist das denn hier alte Hilfenruine sieht aber nicht so aus würde ich mal sagen zumindest nicht ohne einen langen Sturz ne da müssen wir anders angehen glaube ich stehe aber gibt es irgendwie Stellen die seichter sind hier so nein nein das ist zu viel es seht so müssen sich als feilen der snowboarder geh rein oh cool das was haben wir denn hier option äh kommt mal hier hier viecher dutch äh gegen fix das ist das ist es ist es ist es ist oder holen na bleib hier so ich glaube ich gehe essen hier weil das so das ende ist so eine bergfahrt und szene nähe nicht diese drei großbart brüder geschichte dd ist da unten damals wohl aber wirklich brüllen mit dem boot hinfahren ok na gut das können wir dann ja machen wenn wir da unten an den kleinen hafen in örtchen sind bei sonnreich wie lange ich heute mache ist ja erst ein bisschen noch was also bis 80 ist das ein wahl es ist sowas etwas großes das ist ein wahl würde ich mal sagen ich würde auf dem portfall schätzen oh ähm hallo hallo na das der dumme Schildfall mit kommt irgendwie da ach mach ich wollte ich endlich drehen genau so Ich frage mich, ob der gestrandet ist oder ob der von irgendwas angegriffen wurde, weil das ist keine kleine Wunde, die er da hat. Was auch immer, Banditen hier mit Sirenenstimmbändern machen. Ich hätte gedacht, nur Geralt sammelt so Zeug. Das sieht aus wie so ein Wahlfriedhof, ey. Was ist das? Noch ein Vossil. Hornblatt. Das kenne ich nicht. Das ist neu und... Ah, noch mehr Banditen. Oh, du schießt hier gar nicht. Und, äh... Ja, ein bisschen spät von mir, aber... Ja klar, Plätze ist wirklich für weite Strecken ganz gut. Oh, an der ist denn der erst gestorben? Äh, keine Ahnung. Vielleicht kann es halt hier die ihm kommen. Wahlfriedhof. Aber warum? Was, was treibt die Walle hierher, oder? Oh, kein Zwicklung. Eko. Oh, da ist noch mehr. Ah, was im Raum wolle. Finde ich die mir jetzt interessant. Verstehen oder natürlich ganz, warum die hier sind. Hm. Oh, was haben wir denn hier? Masse. Hm, nur ein bisschen Seide. Das ist wieder Kreuzstorn, oder? Ja. Na gut. So. Schauen wir mal. Ich fahre, ich bin ein Boot. Ich glaube, ich... Ich fahre mit dem Boot. So, ähm... So. Steuer übernehmen. Ich muss noch mal markieren, dass ich dann vorbeifahre. Ha. Der Cam ist ein bisschen verrückt. Wie sieht denn das bei euch aus mit Witcher? Habt ihr es selber mal durchgespielt? Seht ihr es hier gerade am ersten Mal? Also bei Ase klingt es ja schon so, dass sie auf jeden Fall schon mal aufs Gellige war, oder es zumindest einmal durchgespielt hat. Das ist für mich ja auch hier das erste Mal, obwohl ich Witcher 3 schon relativ zum Release mir geholt hatte. Aber ich bin da so ein bisschen... Ach, scheiße. Komme ich hier überhaupt hoch? Ich glaube nicht, ne? Oh, da vorne könnte es wieder gehen. Ich bin da so ein bisschen frist, also... Ich spiele dann lieber erst... Teil 1 und Teil 2 bevor ich Teil 3 anfange. Ich habe ihn, das sind... Oh, René, sehr gut. Von dem Teile. Ich stelle die wieder aufgestanden ist. Und wieso bleibe ich jetzt an der Leiche hängen? Ich bin da so ein bisschen fliegt. ist mir komplett abgehauen und fast so so über den augen die brauche ich für tränke und bomben ich hätte doch noch mal andere platt gemacht sehr schön doch direkt mal was herstellen und ich kann alles ein weißen wir machen dann überlegen menschen nicht an eins der öle war das genau das für das verbesserte fehlt mir jetzt aber büffel gras und albedo steht ich brauche noch ein bisschen gras für höhltreunleber hopfendeuben verbessern und dafür muss immer noch eine kraft spinne war hier ein grenzübergang eine ziege oh ich weiß jetzt was da ist um um den bekennst erst mal ich gucke mal ob ich ihn mal angehe also mindestens wenn drauf dann dann äh was habe ich denn hier für tränke noch ein absurd ein donner äh ein absoluter schon ein schwalbe meine aber einer der absurde war noch nicht schlecht der hier ich schaue ich weiß nicht ob da das mit dem schild schon zählt das ist ein stück okay so probieren wir es mal aus das ist nicht gut äh dann wozu zählt eigentlich ein zyklo als okerät wahrscheinlich achse ok wahrscheinlich würde ich dann irgendwie eine verteilungshaltung mal so eingehen können äh okerine da habe ich nur das schwache von wo ist es denn da oder noch besser als nix au der tut ja richtig weh pfff 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 schau pfff schau schau Kann er bitte so aufhören, rumzufuchteln? Aua Oh fuck Sooo, aber den können wir gut runter Was ich so Er darf halt nur nicht treffen So, Drexie Können wir direkt die Markierung mal entfernen? So, was haben wir denn hier für eine Ruine, ey? Oh, hier ist ein Ort am 8 Ach, hier ist noch eine Tür Das hab ich grad gar nicht so richtig erkannt Aber hier ist nix Shit Alter, heute macht das oben irgendwo Komm mal irgendwie höher? Ach, hier Medallion Was haben wir denn hier für eine Ruine? So So So, wo man da außen rum läuft Meisterlich gefährliche Greifenrüstung Nett Das hat sich immer richtig gelohnt hier Mahakama Hose Was kann die denn? Mhm Oh, das ist gut Mehr Vitalität Und Rüstung Okay Okay Ähm Level Up Zu Hause Punkt Den Investieren wir doch direkt mal Und zwar Hier rein Sonst schon mal 10% Und Tränke wirken länger Aber was läuft denn da außen rum? Ach das ist ein Harpien, die fliegen wahrscheinlich Das hat sich doch mal gelohnt hier Ach das ist... Das hat sich doch mal gelohnt hier Das ganze Schwein, was er da hinten dran hat Interessant So Ah Ne, ne Ah, komm Ach, zu früh Ich will den Hoppe so hoch springen Deswegen mal Rektor-Effekte Ach, die hat jetzt Siegel angegriffen Das ist ja mies Ja, mit Siegel So Schauen wir mal, was hier unten Den Örtchen so abgeht Wohl Viel los scheint hier nichts zu sein Hm Gibt hier wohl noch jemand? Gibt hier wohl noch jemand? Ok, das ist ein Lager Ne Verlassener Ort Was haben wir denn hier so Andere nur Wutte Zaunrübe Ne Ich hätte gerne Ritalischen Kräuter schon gehabt, so Na gut, Biere genau Aber ist ja nie, wann mal eine Quest auftaucht, wo man wieder auch nicht sich besaufen muss oder so Aber sonst ist es nix Ok Interessant So, dann checken wir noch das Fragezeichen rum und dann fahren wir mal zu dieser Grotte Das ist ja auch In dem Quiz oder sowas wie Der letzte Überlebende oder so Oh, da bin ich wieder ertrunkene Da bin ich wieder Damit 18 Au Ne Wollte ich nicht herkommen? Dann hat Au Was ist das denn da? Wasser Da leuchtet Emotions komisch Was ist denn da? Hä? Hä? Ah, das eine ist nur der Trunkner Tod, aber Was ist das denn im Himmel? Was ist das? Äh Das sieht aus als Redemil, keine Ahnung Ach, das ist ne... Ah ja, danke Ähm, so Ich weiß, dass wir unter Wasser... Nur ein Schuss der Fall Das ist ne Krabbe, die hier in der Luft fliegt, ne? Oder? Äh Ach, das ist so nett Hallo Ach, das Spiel und seine Wachs Äh, die heilige Krabbe Und da ist noch eine, okay Naja Sollen sie da mal rumschweben? Ähm Außen der Scheiß, genau Äh Schon wieder ein bisschen... Äh Geh, wir haben auch außen rum Ich glaube besser Ich erinnere mich dann ein bisschen an das eine Rennen, was so sehr verpackt war Aber... also... Was heißt der? Als ich das erst mal daran teilgenommen bin, war ich auf Arbeit im Nix Das saß, als wäre ich mit Klötze irgendwo unter Wasser und... Als das Rennen losgehen sollte, bin ich mit Klötze untergegangen Pfff Und automatisch das Rennen verloren Also... Äh Gott sei Dank gab's ne Checkpoint Oh! Oh, da haben wir gefunden Toll Und was auch immer da unten ist So, dort doch mal... weiter... ausbauen Ne Was haben wir denn hier unten? Ein Druidenlager Hallo Warum nicht Hm? Hm? Nomadiks Wir sind Bäste und Monster Dann red halt nicht mit mir So, wir reisen mal kurz hier nochmal schnell zurück Weil ich... Kein Bock dahin zu latschen Für das Boot Und... So... Und... Los geht wir der Pfad Und... Los geht wir der Pfad Ich müsste den Nix eigentlich auch mal wieder mit... Für... Ein paar Bomben nachbauen und so... Aber... Noch habe ich ein paar Schwalbe... Also... Das wird schon passen noch... Das wird die Quest Ich bin gespannt was für eine traurige Geschichte das sein soll Aber wie groß deren Bär da sind So... Ich bin hier nochmal rum... Ja... Hafen... Okay... Kann man das schnell reisen... Ich kann von Hafen zu Hafen schnell reisen... Das ist cool... Da war mal... Ein kurzer Umweg... Ich bin schon grad da so auf der Karte seh... Bin schon grad da so auf der Karte seh... Ginselabenteuer mit Geralt... Wenn wir sagen... Hier geht doch noch Zeit... Weil... Es ist schon ewig dunkel... Gefühlt... Kann man da anlanden... Vielleicht da so... Uh... Sirene... Möchte aber nicht auf dem Boot kämpfen... Daher... So... Zwar schnellen... Landestelle... Das klang gerade eher so als... Wer wird... Unter Wasser kommen würde... Äh... 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 Ne... Ich kenne... Naja... Wir spielen gleich mit dir... Ich bin nur... Irgendwie an Land... Ah... Das habe ich gehört... Geht weg von meinem Boot... Geht weg von meinem Boot... So... Schnauze... Mein Boot... Äh... Komm ich hier hoch? Nicht wirklich, ne... Scheiße... Ich muss vom Boot aus kämpfen... Ach... Ach... Das ist doch dumm... Ähm... 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 Aua... Darf ich mal mit auf mein Boot? So... Da kommt schon... Äh... Aua... Aua... Ach... Das ist doch dimmlich... müssen wir es schon jetzt zu den anderen boten da hat man wenigstens ein bisschen platz und mal immer so die laut so kommt er Aua so ist er hier irgendwo? Natürlich ist er hinter mir gefallen Oh ist das ne Scheißinsel zum Kämpfen Au Ach, dass ich da nicht rankomme mit dem Schwert, so ein Beschiss So Komm her, Fräulein So Na, wo bleibste? Komm her, du Hol die Sternschnupfe So Blödschi Boah, war das stressig Okay, hier kommt man hoch Untergehen So So Ähm So Ähm Pst Uah Ne, oh Gott Äh Wann hab ich da noch ankommen Schau mal Schau mal Ne Schade 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 Schokolade Aber Boah 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 Boah, sie nervig So, tauchen Ähm Oder nicht Oder nicht Ach doch da Schau mal So Rein ins Bisschen kaputte Board da war es mir doch nur ausgeliehen so wird morgen erst danach kaputt dass da wieder zu tun zu den rumfliegen schön kommt die sonne langsam raus so schaut dass wir hier in deutschland kein schnee mehr haben oder so gut wie zumindest hier oben im norden also schnell sehe ich wenn er zu ostern und ich zu weihnachten ach du scheiße da wird hafen angezeigt also was ist irgendwo rauf reingehen das nur hülle das geht davon hat doch gehört man kann aber den deutschen katze trinken obwohl ich treffe draußen mal ähm katze 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 ähm stelle hier kink karkin bohr oh we meet again so you change your mind wanna haunt the Rossport brothers easy coin fair mmm mmm yeah we can hunt them together let's get going then picked up the trail ok ok oh nein der hat einen lebensbalken das mag ich ja nicht wenn die hier karakterer lebensbalken ah falsches schwert hm was war das denn grad der voll in seinem Bruder reingeschossen der 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 war das war mit den reden kann so und am ende städte heraus dass das eigentlich gar nicht so böse typen sind oder so aber 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 na gut so dass ein beid äh so verbesserte der 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 das hat sowieso herge muss das etwas was wir hätte kaputt machen können fackel durch geht nicht aber ich war ja noch eine andere zweigunde schauen wir doch mal was wir so ist jetzt zurück kleine krotter so das mitnehmen was nicht in den nagefestes was ist denn die schnellreise macht das ding da so kommen wir erst hier hin sagen verfallene taverne das klingt spannend da gehen wir als nächstes hin nachdem wir die zwei kleinen sachen da geholt haben jetzt ist natürlich alles ein bisschen überstrahlt weil die katzen tranken aber hört auf hat auch etwas geisterhaftes jetzt wenn wir von unten kamen und einfach beim bonus auseinanderreißen ich dachte gerade das was vom wasser vor mir auf dem wasser gewesen aber scheinbar nicht das ist jetzt schon wieder jetzt schon anlocken unser boot hat sogar nah gestorben ich hab doch keinen bock auf die viecher du musst dich auf see an land gerne aber was man los hier dass die noch nicht schwiggern weil sind die gerade über mir weg geflogen da muss ich denn noch anfahren an die blöden viecher so jetzt wahrscheinlich ja ok sie kriegen ja richtig damage von dem ding jetzt völlig gut wahrscheinlich weil man halt sonst sehr blöd mit den kämpfen können ich hab doch schon von unter wasser jetzt oder auch nicht selbst schuld aber die kommt von unter wasser oder hat keinen bock auf mich so hast du jetzt erwischt ich weiß es nicht schau mal schon mal ich glaub die neue leiche ist neu ich war gar nicht warum ist mein boot heiler war dann zeige fehler damit denn hier überhaupt schmuggler gut scheinlich schmuggler wo ist es denn da boah ist ja dunkel ey jetzt ein hai oder so schmuggler das war ja unter wasser nicht dunkle so und das andere führt mich wo zumindest noch nix da bekannt ist aber wo so hoch da war selbst die minimap grad glaub ich mach da mal inzwischen halt das wird natürlich jetzt wieder ordentlich ablenken aber das ist der kundungsdrang da können wir zumindest gut anbanken anderen denn versteckter schatz das auch gerne so passt das gut drehen das war so viel zum stopfen denkst du sprich verstehe ich aber naja so 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 ein schatz so 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 att Dank umso schöner von uns denn dann holen wir uns sehen einfach so pied wird durch doch wieder nach das ist ja noch eine da taucht noch einer rauf nur zwei kann ja glauben kaum glauben wir das sieht doch nach dem richtigen schiff aus das ist ein bisschen sehr tief daher will ich mal vorher einen trank trinken so hier den schwert war die konne ein bisschen besser tauchen wo soll denn der schatz setzt sein da ist eine kiste und hoch so ich habe schon ein bisschen in die nase schauen wir mal was wir hier schönes bekommen haben aha ja es wird sein ich nie mit allgemein mehr schaben als man bahnfluch und bluten und das war bonus gehört der grundschadenszeit deutlicher da kommt promis maus so ich wollte trotzdem mal hier anlanden vielleicht ist ja noch mehr kratzer gepasst vom tiefgang her so da wir müssen wir das boot geht aber so komisch rüber wird sehr recht entspannter cool monstern auch nicht mehr drauf zu sollen dann ja ach das ist immer runterrutschen immer schönes da fahren wir mal zu meiner markierung und dann zu dieser taverne bis zum nächsten mal wieder mit den hohen stein ausnahmsetze kritischen treffer bonus erhöht was ich nämlich gerade gar nicht mehr war aber nett dass die sirenen sehr viel schaden kriegen jetzt hier weil man ja so schlecht auf dem wasser kämpfen kann das müssen sich die ambos eher selten aber so unter wasser oder hier fühlen sie echt gut bis jetzt sehe ich nichts auf dem wasser oder so ne also da passen sie hin hin kommen aua schön rücken noch geschossen da war doch gerade noch eine so das müssen weiter weg noch aber jetzt kommt gerade angeflogen ha erwischt das ist weh da ist noch eine die drei täglich der fall gute frage regen ups fand ich das woher kommt die grad ja ja na na bleib hier ich bin wahrscheinlich grad so aus dem agroradius raus das habe ich jetzt schaden geht weil ich gegen die leiche gefahren bin wow wow na 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 nicht vergelaufen hier ok also geben monsterleichen auch nicht gegen fahren gut zu wissen da sind fast das und was du da sein dann spring ich hier mal so runter da waren die redig bei das hab ich schon gesehen das war ja müll ich kann nicht mal schnell schwimmen überladen oh shit, 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 schnell hoch hier so, da bist er ich will nicht im wasser von so viel überrascht werden mehr leben weniger durchschlag resistenzen allgemein weniger resistenzen mehr 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 so, wie weit war die Teile währenddrecks dass das zwei verschiedene karten sind also wenn man am boot drin ist das hat andere symbole anzeigt als wenn man nur auf dem boot steht oder irgendwo gerade an land ist habe ich will das brutto auswählt bevor es untergeht und schwimmen muss das haben versteckt sein könnte wo könnte ich hier schon an land dann machen wir das so obwohl ich bin machen wir dann nachher da hinten ist ein schiff kann man das sicherer kunden und fliegen wieder ein paar serienraum das wird ja ein spaß hier weil ich kann nicht mehr rennen aber wenn ich hier die platt mache kommen die leute wieder das gut so kommt schon her unsere so hier ist auch ein schatz Oh hihihi hm wieso wurden da war einer Kraft hat angezahlt Schau mal hier alles mitnehmen auch wenn ich schon total überladen wird eine Kiste mit einem Brief ich bin für den Schiff das war es vor der Südküste gesungen okay es geht um das Schiff was da hinten ist ne ja gut das machen wir gleich erst mal den letzten Harpie dann taugeln die Händler auf äh Harpie soll schauen Sirene oh Monster ist das hier auch noch äh springen ne greift eine von denen mal an so die schaff auch nicht äh ok die Reihe weiter ist noch viel zu kurz shit so machen wir halt so fällst du auch wo ist denn das Nest ach da das Sirene denn so weg damit findet die Mama nicht so gut tja da ist noch eine ja lass dich mal ein bisschen hier das bleibt mal schön liegen ach das ist kein Händler dabei und heute Händler besser als nix hallo die leckte preis und dann vermisst er hat er der beste ort zum handeln warte mal ich mich zeigte aber nichts mehr scheiße oder nee und das kauft dann nicht an was das hat mit alchemie zu tun shit er kauft verzerrbare sachen aber das wie auch nix verdammt jetzt kann ich eigentlich den einen trank hier verkaufen ich wollte schon ja mhm shit oder auch nicht shit hast du zufällig Büffelgras wie sieht denn das oh er hat Hauptfunk da hinten äh kann ich mal fünf fahren Büffelgras hat er keinen, oder? zum Bisschen ist gerade nicht sonst würde ich hier ne das ist nicht gut aber davon brauche ich auch ein paar ähh was ist das Alkoholist ähh was ist da oben ja shit shit salam mhm würde ich mal sagen wir machen mal ne schnellreise wo war denn jetzt ein Händler so ein Krämer hier ne und wenn wir schon hier sind können wir auch gleich ähm nix machen ähh nix machen das war der Händler ist natürlich jetzt penn gegangen ne da hat er mal ne große Katze natürlich ups falsch ähm so bis 6 Uhr morgens meditieren wir mal gut 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 so ich will mal ein bisschen Kram verkaufen ähm ich hab noch kein Schmerz ich hab noch kein Schmerz schmied gefunden das ist blöd ich nehm was was noch viel wiegt außer den Dokumenten weil die wiegen nix das schaffe ist sehr leicht eigentlich Hasen was ist das hier ne ne Telefigur die behalten wir mal ja das ist auch kein Mensch russiger Hammerkopf was ist das russiger Hammerkopf weg damit äh hm na gut verkaufen wir ein paar der Plunderwaffen ich hätte eigentlich gerne auf dem Dingsen gewartet ich kaufe mir auch mal vier Stück von bis wir ein Waffenschmied finden aber der hat ja auch nicht Geld hier so ich brauche keine drei Hemden äh Panasonic wollte ich noch behalten ne aber hier zum Beispiel das hier keiner ist weg glaube ich so wir brauchen nämlich ein bisschen Platz hm Kapitän Stiefel weg damit weg damit weg damit weg damit weg damit hoch und weg click weg weg so und platz gemacht dann zurück zur taverne ausschneid verlassen verfallen also das gelegen scheint sie nicht so gut zu gehen und das wurde nicht schauen wir mal das ist ja nicht hier oben erscheinung würde dann noch geisteröl drauf dann geht es ein bisschen schneller natürlich liegt der luke jetzt oben was ist das ein haftbefehl für hexagert hier muss er gut getan dass der als geld bekannte hexagentel verbringen gegen die hexagentiere begangen hat nämlich beleidigung ihrer hexagentlichen durchlaucht widerstand gegen die wachen von ihrer knaben kollaboration mit dem osapathor sind weitere dann die schaden über die hexagentiere bringen aha der unterschrift gewählt gilt als komplize seiner verbrechen es ist die pflicht den einzelnen untertanen der hex der hat den gesicht des südern welche den denkfest zu machen und trachten hier denke ich immer zu gewähren und der greifung des hexagentert tot oder welch wurde von 300 seebogen den haaren ausgesetzt wenn da haben wir durchlaucht helena lange haare erben des hexagentums seebogen so zu drehen von killeball ok aber das heißt ja dass hier vielleicht was gutes zu holen ist ein bärenstahlschwert und einen schieß eines kastenwürts ist mit schießen das was wird es so würde ich gern tun die überfliege ich jetzt noch mal ok das ist dann wahrscheinlich hexagentiere aufgetaucht ist er kennt einen drogen eisenhand eine striege eine striege das wird die höhle der sirenen und probieren von ford etnia ob da noch die striege zu finden ist weil ich glaube ich habe es seit teil 1 keine striege mehr gesehen beim zweiten gab es keine will ich mir kriegt warum auch mal hatte der last schaffende geist jetzt hier oben liegen wo sollen das sein wahrscheinlich also die ruine das ist das die sirenenhöhle habe ich noch gut zu tun wollte ich hier noch irgendwas ach ja schiff familien glück so ich konnte überlegen wie hieß die quiz noch mal so ich leih mir mal dein boot aus wie heißt es denn hier habe ich mich jetzt nicht reinsetzen ok dann halt nicht chris ist auch hoffentlich halt wieder hoffentlich da ist ein leuchtturm jetzt bin ich schon fast magisch hin aber es wird so aus als müsste man obwohl dann könnte man an landen das ist doch schon hier weg ab mit dem kopf wie bei der herzkönigin vorgesehen kennt euch hier gleich wegen der dumm sirene ich hätte jetzt erwischt ich glaube von hier aus kann ich auch schon mal rüber ganz schön großer kahn schauen wir erst mal oben da haben wir unter wasser hier schon mal nicht da ist ne kiste ach das war schon ok schrägte das ziel wäre zu hohen ist da ist ne kiste ach das war schon ok schrägte das ziel wäre zu hohen ist dann halt nicht ich bin fast enttäuscht schlüsse sind satteltaschen die besser als meine blinken wie mir das auch an laut das hat auch niemand wert schau mal kurz auf die karte ja wir fahren nur kurz mal in den ort rein da ist ein anschlagbrett ist da bestimmt etwas lustiges zu erleben was trauriges aus dem fischer endlich mal ein rüstungsschmied oder so das symbol dafür haben wir die merken was der waffen schmied also was zum schmied das klingt als würde das fischer deutsch reden anstatt englisch ich bin ein wie geht es denn es geht es nicht wenn ich mich die beste in den islamen ok iron or from the balls of now darf farm where giants want to rupier dann forge fire blazing unbroken for six generations it's care passed from father to son and every day come dawn har am i youngest she pricks her finger and squeezes a drop of her blood into the water i um die Bladen zu schrauben. Ah ok. Das ist ein neues und... Oh, ich will mir erst auf Gwent. Ich will ein paar Rounds von Gwent spielen. Das sollte mich direkt machen. Ich will aber nicht mit Scoia'tael. So. Okay, er spielt Scoia'tael und hat den Fraktionsvorteil mit den Dingsen. Mit einer Karte mehr. Okay. Erstmal den Rehmen weg. Und... Fast er was Spiel ohne hat. Und... Ohne Spiel ohne bringt mich. Find ich herzlich wenig. Oh, das ist gut, dass er den nach vorne packt. Äh... Wenn er noch mehr von denen hat, ist er die weg. Mal abziehen, ne? Ja. Oh ja. Das hat sich doch gelohnt. Ach shit, den kann ich nicht nehmen. Weil das eine hellende Karte ist. Scheiße. Ahhhh... So ein Scheiß. Hm. Hm. Entschuldigung. Sheila, die Tänze will. Oh. Okay. Hm. 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 Ich konnte nur den einfinden nicht, denn... Ich glaub, da warte ich noch ein bisschen. Hm. 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 Gute Frau, was spiel ich denn jetzt? Ich glaub, ich spiel mal den Turm hier. Hm. Mein Gegner passt. Dann nehm ich mir die Dichter einfach mal auf. Ich spiel Eis. Ich glaub, gewonnen. Haha. So, bis diese Runde. So. Na toll. Äh. Bring mir jetzt herzlich wenig. Na gut. Äh. Fangen wir mit dir an. Na ja, schade. Ich dachte, der packt den vielleicht nach vorne. Jetzt hat er Angst. Dass ich den was kaputt machen könnte. Es würde riechen, dass ich den hier auf der Hand hatte. Äh. So ein Arsch. Boah. So ein Arsch. Boah. Ja. Ja. Ne. Ja. Ja. Ne. Ja. 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 Schauen sie die Karten so anders aus. Äh. Äh. Alle DTCs findet die Kartenlehrers von bestimmten Karten. Das war eine der kostenlosen DTCs. Oh fuck. Oh fuck. Achso. Äh. Der hat ja keine weiteren Karten mehr. Hahaha. Huh. Schwenk grad. So. So. Das verdoppeln wir jetzt mal. Brauchen nicht mal mein Gerard spielen. So. Was kenne ich für ne Karte? Ich kenne Lederstücke. Ich kenne nicht meine Karte. Wow. Du bist zurück. Hm. Was hast du so auf Lager? Hm. Let me have a look. Okay. Er zählt als Waffenschmied. Das ist gut. Dann verkau ich mal ein bisschen was. Äh. Wie viel hat er denn 1700? Dann verkau ich mal... ein paar teure Schwerter. 800. 100. Geil. Und schlubst es dann geht weg. Hä. Na und so als. Hauptsache der hat so ein bisschen was. Der Bezwinger. Hm. Der ist zu teuer. Der soll zu teuer. Äh. Ich will das mal was reparieren. Dann hat er wieder ein bisschen geht. Okay. Ähm. Das. Dann das hier noch. Die Steine biegen ja auch an und wird. Weiß ich nie. Wenn ich ihn nicht benutzen sollte. Deswegen gebe ich die gerade einem noch ein bisschen auf. Äh. Äh. Was hast du denn hier so ein Gebot. Großer Morana. Großer. 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 Agenda Wort. Kauf ich. Schweekred. Verbrennen. taumeln zeichen betäubung arterien gewinnen bluten finde ich jetzt alles nicht so dolle muss er einfrieren der hexenschlechter ok klinge von türkhoa ich fang jetzt an das ist das sind die stäube von den diamanten von den edelsteinen so warte mal dann kann ich ja jetzt das verkaufen ha ja schönen gewinnen gemacht so was gibt's neues und die kamera so toll auf ihn zu so vielen dank und er sagt dass was anderes neu ist und nicht nur mode so ein fischer achso du bist gleich der händler so schön noch mal kann spielen oh scheiße monster deck okay spielen bleibt drin das ist gut da gut gut das fett gut da brauchen wir nicht ach du scheiße ich sagen ich brauche den hier nicht das geht ja noch jetzt hätte ich gern ein eis er passt ok vielleicht nur zwei mehr shit das ist das ja auch wiederholen er behält gehen ok schon mal so an lecker es wird nicht besser das ist jetzt in der hand das ist jetzt in der santa weiter kann ich mehr für nichten schätzt da von fünfer mit bei dann geht doch der fünfer drauf scheiße 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 weil wir es alle vier gewesen hätte ich jetzt mit ihnen die alle plack gemacht shit shit doch dann holen wir uns das die ballista wieder was hat denn der eigentlich für eine fähigkeit noch gar nicht benutzt und das kommandanten hatten der wir zwei karten ab und sie alle karten wahl aus deinen karten satz könnte jetzt zwei abwerfen für eine die reine runde soll er haben ich bin zum karten vorteil man geht da passt dann frist gerad und stirbt auch was für karten der noch da hatte ohne brume sehr schön ja schon wie das falsche menü shit so haben wir schon mal zwei davon naja was hast du an zu bilden dass die alle keine karten verkaufen was ist das da was ist das da was ist das ein alte bilder für den glaseberg wer weiß denn wo alles da verkauft man ein paar von so 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 ach geht also genau wie ich so uch kann ja nicht besseres zeug haben oh ein monster und dann was dann aber weil ich Experte bin Aber sie haben dich so verabschiedet, dass du dich selbst in den Zordenspektern hast. Lass mich auf ein paar Sturdy-Lads und wir werden nicht mehr brauchen. Der Wichter wird helfen, oder? Du schattest uns das nach. Pharo-Folk, dumme Stumps. Ah, wie bist du? Okay. Okay. Was ist der Monster? Was ist das? Sag mir. Ich und meine Freundin fuhr uns hier zum Feirstall mit einem Karte voll von Hides. Wir hörten plötzlich ein Screech. Unsere Hose wurde spukiert, angefangen zu kreieren. Und dann, Monster kamen aus den Bösen. Meine Freundin sah den kurzen Stuhl. Sie haben ihn zuerst. Mit einem Miracle habe ich geworfen. Was für Monster? Necooks. Kein Problem. Was? Was? Necooks. Bein mit dem Zaunsturm? Necooks? Necooks, necooks. Necooks, necooks. Necooks, necooks. Necooks, necooks. Also will you help? Will you kill the bastards? ok, bitte mit sauberstippen hmmm, ganz herzer von 320 finde ich gut Wenn der mal nicht mit unserer Bezahlung abhaut. Ah fuck, das ist auch schon wieder so eine hohe Quest. Wir probieren sie mal. Es sind nur, nur Neckar. Oh, äh. Warte ich auf die Fackel. Ah, hier ist wieder eins der Pferde. Cool, gucken wir, dass wir heute dann auch noch machen. Okay. Hier muss es immer gewesen sein. Da vorne. Moment, was? Was ist das mit einem Flapp passiert? Hä? Also, hä? Eine Falle. Was denn? Das war knapp. Was sagt mir, dass das kein Verzweck war? Better unterscheiden. Ich hoffe doch nicht, dass ich jetzt nicht zu krass auf der Level dafür bin. Also, wird zwar mit Dumpko markiert, aber... Krass, wer hat denn Ständer losgeschoben? Weshalb? Warte. Was sind das denn bitte für kluge Necker? Mit Falle und so'n Schild. Hm? Wer sind wir für hier? Ja. Ich weiß nicht, dass wir was vollen möchten. Ach. Was? 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 Was ist denn das mit dem Flapp? Necker. Hier ist ne Höhle. Ich will da mal wieder tauschen, ne? Was ist denn der Scheiß? was sollen der scheiß ich hoffe man sich noch genug das sind deutlich von der spurt warum spät und sie mal ein drehagen okay so da brauche erstmal goldene fürore ein hiervon hiervon es war schon ein richtiger gespürt okay da bin ich doch vor ein bisschen krass unter der welt macht so kurz wie kein schaden okay bei lama neu bevor ich in die höhle reinge vergesst dass dann erstmal der scheiß kommt gut dann müssen die quest müssen später machen schade was ich bedenken kann ist ich habe ja schon diesen ein dicks gelesen von diesem geart den sie suchen dass sie mich jetzt mit geart verwechseln Prozent selbst mit dem das stortet ich komme gerade ich da mal gleich hin dass der mich noch mal am ort war der doch irgendwo schön ist ja ich hätte ihn mal gleich beleidigen müssen bei den schweinen konnte man sich immer am walker stecken da haben die die höhe firma das schweinen konnte so gemacht auftrag drache natürlich und aller wird gut wo sind das pferde rennen das sind ja ist da stamm ist da ganz hinten holle steht so magst du das wasser manchmal bock da ja gerne oder sie kannst du mir nicht merken ob es für sie oder näher ist so warum hat er jetzt hier stress machen müssen stehen das habe ich jetzt gehabt erfahrungsmutter gekriegt warum ist das der drang schau wir mal wahrscheinlich schon jetzt mal runter kommen okay bin hier ich kann nicht mal so ziehen wahrscheinlich muss man den ködern na gut die haben sich nicht gerade die sicherste strecke ausgesucht für ehren drin das sind welche ein händler was hat die besser und tschüss so dann geht er zu boden naja was soll's ne okay man reite in die richtung wo so und ich speichel mal den drüber so wer ist denn der rennenleiter der da glatt ihr hier wir wurden kurz zu starten in der race du bist für es klar so ich habe nicht mal meinen namen gesagt sie müssen mich kennen so bisschen so so das wie ist das schreit da und überholt nicht mal das ding nicht dran klingen bleiben auf park was ist das so knapp wohl listen for our winner is girl rivea you paid yourself in honor witcher and earned a beautiful price ich bin mit einer startlinie kabel hier soll es ist der der schon troffe fast ich habe ein überlegender kapitel sattel irgendwo wollte ich hin so party kommen wenn ich schon in die nähe bin gucken wir mal was da ist antiken 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 gefangen hast hier also in dem falle nicht dass die ja mal sachen geben oder rabatte der kaum geht dabei na ja was soll es hatte so wir haben sie hier gefangen und wo seid ihr käfig ich hätte das ist der käfig war schon mal nicht die haben die hand seine hütte gefangen genommen ok nehme ich zumindest jetzt an so ich bin natürlich königreiche und ich finde da kurz mein dick weil jetzt ehrlich die ziehe ich so selten ich weiß sie raus bei denen weiß es noch nicht die lassen vielleicht noch drin einheiten karten habe ich genug deck ein bisschen schlager geworden ist auch nicht schlecht weil es kann ist auch relativ viel und keine drei wetter karten das weg und du bist das karten pech er war nur seiner krank gezogen wenn uns lohnt sich das eis also auch 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 alles müssen mächtig gerade das hat keine wirkung an mir gegen ach die macht alles weg scheiße dann soll es deine runde sein ich bin doch nicht, ich hab noch mal vor die Finte machen können vielleicht belebt er ja einen Spion wieder wenn er wiederbeleidungskarten hat ja wird, ok so man geht nach Past okay ach ne Finte ach ne Finte ach wobei ist ist gar nicht so schlecht weil dann kann ich die hier mehrmals benutzen so guck mal den wieder ja so was schwitt ich jetzt so nur, das reicht aber auch nicht jetzt flipper spiel war ein bisschen der Anstrengende, weil ich so viel Sonderkarten hatte jetzt krieg ich gutes Wetter da war er mit ihnen das ist zu schlimm wie 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 und so hat er vielleicht sein das was macht das macht auch einfach was man hat äh da ist Plätze warum hast du da jetzt da gemacht hast am Baum? Wohin bisschen trinken, ne? ok dann reiten wir erstmal in den Wald dann reiten wir von da aus zurück weiter zu diesen Ruinen und dazu die Brennerei ok soll man hier mit Plätze durch? ich kann es nicht mehr nehmen jemand helpt mir Hallo ein Bade quiet oder sie wird hier wer wird hier was in der Hölle ist deine geliebte? ein Bärwolf ein Bärwolf ein Bärwolf ein Bärwolf wir probieren es mal wir probieren es mal ok Aua so Feuer magst du nicht ha meine Fresse hatte ich schon hier viele gekillt mein was ist das für ein stoffer Wade? was ist das für ein stoffer warum ist das für ein stoffer Wade? äh hm Bärwolf rief ich kann nicht sagen, dass ich ihn schaue nimm wow wow ok ja ähm was auch immer das für ein komischer Bade war der ihr fallen an allen wasser walt ja ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll si ich ach hier Ja, ich bin ein. Ein anderer Seeker von Pimpernel. Ein anderer? Gremis hat viele junge Druid in die Küche gebracht. Sie kamen mit einem blanken Starr und keinen Blumen. Und sie nie sprechen von dem, was passiert. Ich habe gefragt, Gremis, um zu stoppen. Er hat mich aufgelaufen. Aber der Freude ist vorbei. Einer unserer Novotik, Ramond, hat sich nicht zurückgekehrt. Ich bin, um ihn zu finden. Leben oder tot. Was wissen Sie über diese Runde? Nicht viel. Spannend, nicht wahr? Ein Druid sollte wissen, dass alle Brühe, alle Brühe. Aber auch wir wissen nicht, ob wir nach einigen Teil der Nähe. Wir können die Tiere, aber nicht die Monster. Und die Worte ist, dass sie hier ihre Lähe gemacht hat. Okay. Dass sie überhaupt nicht zurückkommen ist... komisch. Gut. 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 Spannend. Gut. Mit den BIPEDs. Ist das eine ... ... ich hab schon gesagt. ich hab schon gar nicht einen Kampf getriggert. Ääh Ist das ne ... Oh, jetzt weiß ich warum sie nichts sagen. Hahaha scheiße. Ääh Das ist ne Dengsen. Ne Sockeburs. Was hat der für'n geilen Stab? Das ist doch cool. So. No Pedals. Mhm. Wow, der ist nix Wolfsrudel. Aber ich wette, das ist so aus von Zuckerburs. Äh, ich muss noch kurz bei den Absuchen gucken. Mein Park kann ich auch wieder herstellen. Das ist Waldschritt. Okay. Alter Waldschritt. Doppelsock, äh, hatte ich nicht schon. Da, so gut ist es absurd. Was macht denn der steuerkampfverlauf bis die Obergrenze erreicht ist? Die letzte in der Stadt hab ich ja erleben lassen, weil... Der hat sich halt als Verwurfe denkt. Mein Gott. Pfff. Aber das hier ne Sockeburs Stream... ...angeht. Hm. Weiß ja nicht. So. Ah! Ne Kraftspinne! Ah! 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 Wow! Nach lange seh ich mal wieder in der Kraftspinne. Ah! 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 Ich weiß gar nicht was ich gerade noch drauf habe. Ah! Aber wird schon passen. Gott, schon, gib mir Gift! Ach, Gott dammit! Ich will doch Gift haben! da war es hier ist mal bett every last one geht in die spur jetzt was ist das denn hier das waren so ein paar mehr fähre oh 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 holen und was meis ich 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 werde dich hier und jetzt töten, Monster! Sieht eigentlich viel zu gut aus. Und? Sie hat ihn gekitzelt. Also. Oh, scheiße, das ist absurd. No such thing, just as there's no dry water, no cold fire. But if you'll not help, very well, I shall tend to her myself. I'd advise against it. I will return, with one who does not carry a sword for show. Why did you take my side? I'm afraid you'll be sorely disappointed. I don't generally couple with witches, especially not out of gratitude. Why not? Tell me why not. Is it the scars? I detest when a man smells of blood. You witches always reek of it. Fiend blood, chort blood. And these are my brethren. You're right. But unlike Fiends and Chorts, you. Have ample breasts and a pretty face. Their lack of these attributes is much easier to kill. It's a bit more complicated than that. But never mind. No means no, I get it. Can't think of another way you can repay me. I'm looking for Pimpernel. You know this forest. Maybe you could help me. I'll take you myself. And you, Ramond, go pick some more violets. Just the indigo ones this time. Indigo? You mean blue? No, indigo is indigo. Men. I'll take you now. Why do you need all these flowers? Losey, aren't you? Wait and see. I'm really interested in that. Can we take the top of the back? Damn. Das ist klar. Aber... Ja, die Gekitzel, da so... Aber ne Hübsche Hünnerzühe. Pretty don't you think. Well flowers, vionnets, Kingcups, little flowers. I must pick an Edelweiss. Oh! 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 Sorry! Also ich frage, wie viele Sukrobusse gibt es noch? Ich schätze mal wahrscheinlich nicht mehr als so viele. Hat sie eigentlich einen Glossalentrag bekommen? Gucken. Äh, wenn unter Vibrin, oder? Ne. Interessant, ihr habt einen bekommen, aber die anderen nicht. Weil die keinen Namen hat. Kann man nochmal mit der drehen richtig? Ne, ne? Hoch. Wenn du mal sehen, was passiert. Ob das geht? Ne, das geht nicht. Das ist interessant. Okay, ne. So? Ne. Oh, alles klar. Gut zu wissen. Einmal entschieden. Finde ich gut. Wobei, kann man es von hier draußen machen? Das wäre ja richtig mies. Ah. Das ist dann sobald er draufzieht, geht er weg. Finde ich gut. Das war nicht dieses... Ja, ich helfe hier und da muss ich sie kalt. Der eine Dritte wird mich natürlich jetzt voll hassen. für mich. Jeder Mensch auf der Kontinente so blödlös. Punkt arm. Meint ihr, dass ich sie nicht getötet habe, oder? So, wo sind das nächste? Die Runden. Äh, da ist es zu. hatte ich gesehen wo ich hin reite was ist eigentlich gar nicht so gut ist was läuft da denn was ist das auch ein bär hübs faschen knoß kommen wir mal hier vorbei wo geheimnisvolle karte ach du scheiße bei einem wasserfall in der nähe eines dorfes nehme ich mal an was mir das angezeigt so was war das denn jetzt ach hier ist erscheinung drin ach level 7 das ist das jetzt hier angezeigt da war ich noch gar nicht merken wir uns mal an den schatzen im christ party kommen schön baum hängen Was soll die ersten Zauern? Ich fragte, dass der Wurm dreht dann nicht bei? Was soll die Wurzeln? Das ist richtig. Und was sie dich nennen? Ich? Drifter? Stranger? Mutant? Vielleicht sogar bei meinem Neue? Geralt of Rivia. Ein Mann mit einem Sinn von Humor. Ich mag das. Was kann ich für dich? Geralt of Rivia? Gremorist wollte ich Sie. Ich muss Sie helfen, um ein Ritual zu machen. Ein Ritual? Will this one stop him from being a mean old goat? Hahahaha For old time's sake, but I have more important matters on my mind. Oh, das ist gut. Look about you. The ground. See how droid it is. It's not rain for weeks. The grass and pastures has withered. Sheep are starving. I must bring rain. But fear that... Wait just a moment. Perhaps you could help me. Feli? I'm a man of many talents, but manipulating the weather is not one of them. I have in mind a different skill, involving your sword. You see, Mother Nature dislikes it when you take something from her by force. She will defend herself. So fiercely in fact, that I could use a defender myself. What do you say? So... He lets it rain... Then spawns a monster, because Mother Nature says... No, no, no. Regen is not... Okay. Okay. I'll help. Provided you go see Grammys afterwards. Shhh. Hey, follow me. Time for a little storm. Okay. Oh. I get it. Sacrifice. Okay. Should we burn folk at the stake as they do on the continent? On the espionnet, the better sacrifice of goats and sheep. Omygod. Okay. so. Jvance. What's going to do now here? Oh noo its πά intervene. Yo! ebenso nebliche scheiße okay nebliche 10 zu den okreiden ich mich für tour dann um warm wird die Bombe wird war wird sicher er hat der blöde für mich umgesetzt um um Ich find gut, dass er Wolf mitkämpft. Wo ist denn der letzte? Ne, fast. Okay. Kommt noch was? Wie hast du eine Kräfte gemacht? Hast du die Kräfte gesehen? Die Kräfte von Ecken? Ein bisschen beschäftigt mit der Kräfte. Sie waren auch nicht klein. Ach ja, leider immer sie immer wieder. Aber vielleicht ist das für die besten. Für die besten? Warum? Wenn manippulieren, dass man keine Risiken hat, das mir keine Frieden gibt. Mach es regnen, die Sonne zu schreien. Einige wollen Stürme, andere ein Seacarm als ein Pond, die überflogen sind. In diesem Fall haben die Leute mich nur gebeten, wenn ihre Neue groß ist. Nicht, weil sie eine Wille hatten. Ich verstehe. Es gibt Zeiten, wo ich wünsche, dass ich diesen Necker oder den Droner nicht hätte. Willst du jetzt gehen, Grämis zu sehen? Mit Leidem. Nach einer Kräfte dieser Kräfte würde ich mich glücklich haben, zu... zu helfen, mit seinem Ritual. Bis dann. Auf ein was? Auf ein Besäufnis? Da würde ich schon sagen, die Saufen nur oder so. Deswegen auch Zeug zur Brennerei. Jede Wette? Äh... Hm? Ach das... Ach so. Hä? Die Brennerei ist da unten. Okay, ich denke, die Brennerei ist hier am Ort. Ich hab gleich auf die Karte geguckt, wo was ist. Na gut. Hoch. Einen schönen Sturm haben wir da zusammen gebraut. Ich mach hier diese... die Klingensmechanik sehr. Einfach nur Ritualitäten. Man tut sich plötzlich aber auch. Ne, kein Bock auf die Würfel. Geht mal bitte. Hier gibt es ja ganz schön viele Wölfe. Hier gibt es ja ganz schön viele Wölfe. Hier gibt es ja ganz schön viele Wölfe. Take it easy. Was haben wir denn hier? Ich will gut, der Strom jetzt hier zu passen. Aua, Ghule! Aua! So... Moment, äh... Axel. Ich mag nicht, dass er euch verteidigt. Ich mag nicht, dass er euch verteidigt. So... Au! Au! Ne, komm her! Aua! Wer baut denn ne Brennerei hier oben? So. da muss was es ist nicht wahr aber ich glaube es ist ein zyklop ich habe recht ich habe tatsächlich recht das hat mir jetzt das gebracht bei mir ist mir so richtig sicher was axel bei ihm bringen soll Oh Gott. Wo ist er? Das ist da. Cyclops wird nicht mehr bemerkt. Ich kann jetzt aufhören. Da ist nix drin, okay. Hm. Muss ich nicht selber irgendwie destillieren? Scheine. Und das denn? So, was steht denn hier? Verdammt, die Messe war schon wieder da. Sie weigerte sich zu gehen, bis ich Schnaps in die Schaue gefüllt hatte. Bis zum Rand. Sie trank alles mit einem Schlürfen aus und verschwand. Es ist noch keine Woche vergangen und sie ist schon wieder da. Kein Wunder, hat sich auch gefüttert. Ich habe Steine geworben, sie zu verjagen. Da hat sie Steine zurückgehofft und mir dabei drei Rippen gebrochen. Sie heult und schrie, bis ich ihr was gegeben habe. Bin mein Kassenbruch durchgegangen. So hatte bisher die Hälfte mal das Vorrat getrunken. Von mir kommt sie kein drauf mehr. Es war eine Zeit, ein Hexer zu rufen. Ja, äh, bisschen spät. Ist das so ein Rezept? Okay, äh, ist das so schwer? Okay. Nein! Ah! Mal zurück. Ach, muss ich denn da reinfüllen? Wahrscheinlich muss ich hier hoch, was? Was ist das? Mal schon. Okay. Okay. Ähm. Naja, das wird schon überleben, oder? Ja. Okay, aha, das kommt dann hier wahrscheinlich rein, oder? Okay. So, dann ein Feuerchen. Okay. So, jetzt, rechter Hebel, linke Hälfte. So, jetzt, rechter Hebel, linke Hälfte. Okay. So, jetzt, rechter Hebel, linke Hälfte. So, jetzt, rechter Hebel, linke Hälfte. So, jetzt, rechter Hebel, linke Hälfte. Well, well, I'm done, I'm quite the Destinyer. Okay, ich habe es zu where苦u Geheh'hin, den scheiß dann her. So... Okay, den scheiß dann her. gross. nach hier aus dem fast jetzt okay auch immer dass sich die mühe gelohnt hat hatte der tipp schnell reise muss man nicht direkt aber kann jetzt am war friedhof und das zu sehen ich glaube ich reise eher vom friedhof aus das kürzer glaube ich zumindest muss ich nicht dann so blöd durch im wald bei den misswetter das kürzer als milian ...schall we beginn? ...so do the better! ...we've had a long night ahead of you. ...witcher is only for members of the inner circle. Thus, my dear Apprentice, you must wait outside. Under no circumstances must you enter. We shall begin your true glitch, come on. Na gut! ...as you wish, Master. Ha! We'll make someone out of you yet, witcher! Ha! Ha! Now go! Shoo! I have to drink the Militär for a while. Is that already next time? Oh, probably not. Oh, there he is. Oh, there he is. Oh, there he is. Oh, we must have another! That's good stuff! Aye, as the best, from Mosgordon. And spare from Hail Hill. Good times, Fritzoff! Good times! Finally! Something other than damn potions and transitations! Guess the ritual's not over yet. Good! I thought I told you to sh- Stay outside! Only dreads in the inner circle! Circle, Smirkle! Let the boy have some fun! Ha! Ha! Pour yourself some! Garrett! Let the lessons begin! What, do you need to drink? Viel trinken! Viel lernt, viel trinken! Drink hard and study hard. I like the idea. Yeah, yeah, yeah. I call it Stimulation and a simulation. First, you stimulate. And then... You assimilate. Shut down. Let me just go with it. Ha! Alright. Let's start with ingested toxins. Best approach. Oh, now for gifts? What? Hmm. I've practiced a lot already. Good thing. I'll make learning my secret method. Here's your... Look! You take the potion like this... I'll go! Who said all wages are burden? Hahaha! Oh, nice. Ah! Ah... Ah... Did you get a bit asshole? What do you want, Ne? Ah... 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 das ist das ende trank der lehrung das ist erst um fertigkeitspunkte zu entsetzen er trat rezeptet was ist das überlegen der vollen bod ja damit länger donner her damit weißer honig sehr schön das ist das hier das sind runen stelle hat er hier dieses wolfs gras da was brauche ne ne schade das sind die löwen wohnsteine waren für die waffen und sand aus what the fuck es ist mir einfach abgeschmiert so ich hab nur noch kurz warten bis es sinkt und mein internet ist gerade rumspacken ich hoffe ich hatte ein checkpoint borto das sind gerade lange und ich weiß nicht warum das team jetzt wahrscheinlich wegen den sun das ist gerade der upload so krass ist so schrauben mal wo das spiel für mich gespeichert hat schrauben mal wo der hinter mag ich nicht tschüss darfst du ich darf die sache bestimmt gleich noch mal kaufen schrauben mal wo der schrauben es ist das im kurzen schrauben 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 bar Nach dem Reaktion von Ciri verabschiedet hat er eine große Schraube von Forrest. Geralt versiedelt für die Isle, um mit den Reaktionern zu joinen. Und suchen noch weitere Beispiele von Ciri. Wer sagt, dass die Verwärter ist ein Schraube? so verkaufs na ja gib mir die tränke zettel und aber ich auch weg was soll schmiedes werfe ab so tschüss ich lebe wohl ja und klar ich hab keinen plan warum ganz ehrlich muss man in taverne finden da ist doch mal die hauptquests müssen starten vielleicht wo war es mit dem schatz das war hier ich kann ja ich markieren ex markierte noch ich weiß nicht warum es abgeschmiert ist es gab auch kein fehler aus das war einfach weg schon immer ein komischer bug oder so was war das denn da gehört wahrscheinlich noch mehr drehen die viel zu stark sind komische fehler hier sind wir wieder so hoch das war ein größer köter ey also so 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 Was geht denn hier? Ich sag gerade einfach mal gar nix, gut, du bist so groß, ah scheiße, das ist der vermisst Saisonauftrag, ähm, probieren wir es mal, ähm, die gelten als Relikte, ja. Glaub schon. Ach doch, da ist er, gerade gewissen. Also, Samobombe, Tonsbrust und Relikte. Relikte, äh, hab ich das, da. Ähm, die Samobombe. Toll, wie wir es war, oder? Da trinken wir noch ein paar Tränke. So, so. Das Wasserweibabzug ist euch ganz gut. Oh, der kriegt doch gut Schaden. Ach, das ist die Blendbombe. Hat mich selber geblendet, ja, sehr gut. Oh, schön vergiften, ja. Oh, fuck. Ähm, gleich sollte ich mal gegen das Gift was trinken. Ich bin gleich da rumglischt. Hahaha. Sehr gut. Oh, sehr gut. Oh, das war jetzt so easy. er kommt schon stirb was macht der was ist das hauht auch noch ab was ist denn der scheiß komme ich da irgendwie sicher runter ich dachte ich habe ihn jetzt so schön bär der tot ist dann ist er so Das hat schon wieder funktioniert, sehr gut. Alles klar. Oh, was für ein altgefahrer Kampf, sehr schön. Ah, das heißt, hier, drehen wir nochmal durch. Oh, nö, hallo schon wieder ab hier, oder? Ne, doch nicht. Spack, aber, weil er im Raum, finde ich gut. Ja, da wird. Und ab mit dem Kopf. Sehr schön. Schauen wir mal, was der so hat hier, ne? Das ist er. So, jetzt sowohl zum versteckten Schatz hier. Äh. Warte, wer gibt der Brief? Tut, 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 tut. Ach, das war nicht zu egal. So, schon wieder im Keller. Oder auch nicht. Das ging schnell. Oh, ich schleppe es schon wieder bald auf. Geil. Äh. Aber jetzt so, Schatz, nochmal. Go, go. Ach, wie gut die Bomben, also das Gift bei denen gewirkt hat, dass er auch so stumpf kaputt geht. Von der Animation her. Ach, ich habe mich hier aber noch nicht in der Ruhe umgeguckt. Das machen wir eben noch schnell. Äh. Hier ist bestimmt noch Zeug. Hm. Foul war das selber drin. Wow. Wie kommt man da rein? Oder hoch? Hm. Ich möchte mal ein bisschen schauen. Mhm. Wie kommt man da jetzt hoch? Hier rüber? Oh. Hier. Äh. Walvis hat schon mal. Hoch. Wann hält nicht noch irgendwie Kisten? Hm. Ich dachte. Ah, warte mal. Da ist einer. Zwei. Zwei. Wow. Brot und Brot. Pfff. Ne, gut. Ah, warte. Das war schon ein bisschen besser. Aber es ist immer irgendwie nebeneinander dasselbe Zeug drin. ist das der Wasserfall? Pff. Wahrscheinlich, oder? Warte mal. War ich da schon mal? Ne. Dann geh ich da halt mal gleich hin. Hm. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ah. Warte mal. Hä? Warte mal. Hä? War da jetzt immer was für Wolf? Das ist ein Bo war da, aber ich hab jetzt nicht wirklich was tolles da gesehen. Okay, ist das auch gerade nachts. Ich wollte kein sagen. Highlight für Dosis hier grad nicht, aber gut. Ist ja vielleicht irgendwo ein Schild. Für Schnellreise. Ja. Da. Ah, hier ist das ein Rennen. Ne, ne, ne. Das können wir noch machen. So. Ich würde dann... Ah, halt. So. Lass mal noch mal meditieren. Schauen wir mal was für Händler es hier gibt. Was? My Quest? Herz des Weils? Hä? Was geht denn hier? Was? 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 Oh nein, ich will der Heimat die Schreste. 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 Okay. Okay. Oh nein, ich will der Heimat die Schreste. Oh nein, ich will der Heimat die Schreste. Oh nein. Oder ist das eine andere Sprut, der mal folgen kann? Hey? Ah, hier ist noch jemand. Ein Dörfler markiert. Okay. Guten Job machst du? Nicht. Oh, Waffen spielt. Von Barrelhoops der Blades, ich habe es alles. Aber ich glaube, es gibt alle Blades. Glatze und Bart. Äh. Will ich mir mal Gwent. Mal so nebenbei. Gwent würde nicht schlecht sein. Machen wir mal, dass ich nicht so viel Pech habe wie vorhin. Ich beginne. Die weg. Eine andere Seite, Quitsch. Äh, erst einmal ist nicht schlecht. Wenn da jetzt was kommt. Ah, ich muss anfangen. Äh. Äh. Oh, wir sind mir. In Sie müssen kommen mit. Pyra. Nets. Shit. Das krieg ich nicht wegl. Äh. ich frage mich das spiel für alle noch machen und mal schauen was das spiel ich nicht gut der ding ist weg Scheiss moment jetzt, oh fuck, oh, ich hoffe der Kion bleibt nicht liegen. Gut. Schlatterer. Okay. Okay. Okay, er sieht, es passt. Scheiße. So, muss auf ne gute Karte hoffen. Okay. So. Jetzt heißt es brute force. Wow. Das wird jetzt schon nix mehr. Ich glaube. Aha. Okay. Der wird zumindest nicht verdoppelt, das ist gut. Okay, er spielt gut das Wetter. Hält zwei Eis gebraucht. So, jetzt kommt drauf an, was er spielt. Huh. Ich hab gewonnen. Ich will die Tropfen, dann ist eh eine. Das war knapp. So, was für eine Karte gibt's? Dennis Kram. Ach. Hier. So. Das war so neilige meine Karte, oder? Ja, doch ne. Ehhhhhhhhhhhhhhhhh. Das ist wohl ja Tell. So, die Karte hilft. Aber ich glaube, dass du im... Show me where Was hat das sonst noch hier? Das ist besser, oder? Nein Nein, auch nicht Klingen, die alle zu hochstufe sind Nein Hallo, Yawn Den ich nicht reden können Schade Ach das ist der ältesten Ah, da ist er die Hanna Schade für dich Schade für mich Schade für mich Schade für mich Oh Hey Grüß 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 Ok Schade Schade So How about you take a Ich spiele Skyatel Gut Äh Ich habe Kombo Das ist nice Einspielungen Ich frag mal ob's gutes Wetter Die nehme ich Boah Der hat ja gut, gut raus Für den Anfang Wie viel gegeneinander Der hat, ich glaube die Gestälte deiner Fernkab-Einheiten Ok kälte wird mir jetzt fertig wenig oh das ist gut ich noch ein wesen mehr da kommt stilmann spion oh komo hielt mir da auf genau deshalb okay kann aber bitte mal spion spielen ist denn gern wieder ne 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 gute dame ist nicht ist immer noch ein vorteil schütt passt was der ist gleich weg ist seit quatsch mit spielten schütz aber mein gott was habe ich denn hier drin liegen gut es sei Quatsch aber was anderes kann ich machen moment ein dazu es verliert 8 pro jetzt wird spannend einfach mal stark ok die wird so richtig wissen war da schon die das war ein händler und spielen gut wo ich mir nämlich wieder jetzt nebel wäre geil noch mal ok ganz ehrlich nö sollte gewinnen die runde geb ich dir so ok und ich doch noch mal karten ich würde zwar hier in der reihe dann weh tun da reinzusetzen aber keine karten zu haben okay das ist quatsch das ist gut dann hol ich mir das dicke katapult wobei was für karten waren das ich weiß gerade nicht mehr da ist eine zwölfer mit bei in der kampf schon mit sich wieder aber ich gerade sich abzeiten waren oder nicht sehr schön und und ein necker naja geht besser ich will den renn mit der netze rüber und dann ach das bist harem soll ich lesen so okay geist des waldes mhm diese zweifel weiterer sind nie direkt die eigene kreatur du 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 die ganze ganze waldes war war somit dass er die kunst des markierens beherrschte dies bedeutet dass das man zu allen einwohner von vorn seine essenz eingegeben hatte weil diese ungeklüge sind am leben und das dorthin daraus blieb würde ich immer wieder neu erstellen wer das wohl ist auch wenn er tot war würde es noch schwierig sein waldschatz beizukommen aus den häusern der waldbewohner könnte wohl Hilfe haben und sogar die bäume setzen Hilfe rufen ok sprich mit sven sprich mit harald ich weiß nicht ob das so eine oder Geschichte jetzt ist spreche ich einmal went to look at the tracks in the woods spirit sure knows how to make an impression on intruders told you he likes killing almost certain we're dealing with an old lesion an ordinary beast then just as i said not so ordinary monster like that's a serious threat to the village and to me if you decide to hire me oh don't you fret we'll have the gold just one small problem the lesions marked one of you as long as that individual lives near its domain the beast can't be killed not completely sooner or later it'll be reborn must be one of the elders harald i'm sure of it you heard him words aren't enough gotta find the mark my way folk won't believe you they'd never listen to an outsider accusing one of their own but you find the marked one and i'll handle the rest gotta use my senses find the one marked by the woodland spirit it's raining put on your tunic hmmm hmmm wer wurd'n dort shit ach die Hilde ohhh neiiiin ohhh scheiße das war doch die mit der er sie verabredet hat so find out whose mates with the beast it's not intentional the marked individual has no idea you don't know the elders like i do every last one of them codgers would surrender his mother to please the monster and no point in mince and words say yourself the monster's helper must die first no one needs to die the marked one should leave the village that's enough if they never return the lesion will never be reborn did you hear what the witcher said we've got to banish the elders it's not the hitster du arsch the lesion's marked Hilda Hilda Hilda? we must banish her said so yourself but she's one of us for the good of the village, Sven drive her out make sure she knows she's not to return ever aww darm not going with her funny thought you cared for her tend to your own affairs and leave me to mine i did what i had to do now it's your turn ok i can't talk to you not with hara i can't talk to you i can't talk to you i can't talk to you not with hara i can't talk to you i can't talk to you i can't talk to you the guy the guy the guy is now but in the past i remember i was just a lad lugos he was Mm-hmm. Was bad? Uh-huh. 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 Tschüss. Ich hab mich ja schon, ich hab die alle schon verbannt, also, eh. Aber ganz ehrlich? Boah, komm mal klar, ey. Weil gerade nichts Gutes ist. Äh. Oh. Der greift da an. Fällt der nicht geil. Das ist ein Turmskopf und mache. Jetzt sind sie denn weg. Oh. Das reicht schon, wenn der da durchfällt. Nett. Danke, Wolf. So. Ah, scheiße. Äh. Da hin zur. Ah. Hm. Hm. Geht als Relikt, ne? So, wo bist du? Ah, da ist er. Kannst du mit deinem Tier schon spielen? Geht. 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 Awa! 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 Ja, die... Warum nicht jetzt vielleicht? Au! Show me what you got! Ohohoho, wird Zeit für nen Trank. Ähhhhhh, Raff was absurd. Ehhh, einen davon, einen davon und einen davon. Au. Oder gehen vom alten Waldrad, sehr schön. Kann ich dem schönen den Absurd machen. So, wie es absurd. Kindenabsurd. Hilfeabsurd, was das? Okay. Ich hab noch keine Kraftspennmutter, gehe noch. Das sind welche. So, holen wir uns mal unsere rechtmäßige Belohnung ab. Was schreicht denn hier noch rum? Ähhhhhh. Mal gesagt, sah da Wald schon immer so aus? Scheinbar schon. Nehm ich mal an. Was, was ist das denn hier los? Hä? Haben sie die Ältesten abgeschlachtet oder? Hey! 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 Look at this. Told you the Witcher had solved this. What happened? You rid us of the beast. We rid ourselves of its accomplices. Don't worry. Don't worry. Our agreement stands. I earned your coin you did. Nothing's changed. Nothing's changed. Leshin's gone. True. But a murderer still haunts the village. Your work is done Witcher. You've done your part. And I've done mine. What has he done now? Think the village will go along with this? Folk will calm down. Realized the guilty needed to be punished. Do you hear? Fear will not rule my village. There will be no more killings. Go to your homes. And you, Witcher. On your way. No more monsters left around here. No. Da bin ich mir nicht so sicher. Hat er einfach die Tymon gebracht. Und alle die nahe standen oder so. Was für'n Spacko. Äh. Aber wahrscheinlich wär's genauso gekommen. Wenn ich den anderen geholfen hätte. Ja, der Feigling. Bla bla bla. Äh. Äh. Hier muss irgendwo ein Rennen sein. So, das würde ich noch machen. Und dann schauen wir mal. Wo ist der Buchtyp? Und dann schäbe dir wenchen. Und dann schäbe dir wenchen. Und dann schäbe dir die Führung. Und dann schäbe dich mit dem Rennen. Ah, du bist da rein, Alter. Heard Svaner hat dich mit den Rennen zu erinnern. Aber du hast wirklich die Gehreise, um zu gehen. Wer ist Svaner? Ja. Genau. Ich frage mich, warum sie die Rote Rikka heißt. Pff. Die Stadt vor mir? So ein Beschiss. So ein Beschiss. Pff. Pff. Äh, Brücke. Du bist mein Bein hinter mir. Oh, das war aber ne kurze Schrecke. Und der Winner ist... ...Witcher Geralt of Rivia! Suche ein Feet, das eine Reward. Hier. Kann es euch von deiner Glorie erinnern. Also zugegangen? Wie bitte. Nein, er kann sich das tauschen sondern auch genau die sich schon ab oder nicht um großen das letzte wenn auf einer anderen insel okay das machen wir dann mal nicht mehr bist du du bist auf einer anderen insel eine schlöße brücke das ist da ganz hinten beim leuchtturm in der nähe okay auf der fährte das ist auf einer anderen inseln mit den hieseln ist doch hier der ort ne frist da war drunter gut dann gehen wir noch die quest ab und dann mache ich glaube ich feierabend und fünf stunden das reicht für heute gut wildpferde gar nicht wenige ich weiß noch nicht warum die so durchdrehen das so und haben uns auch mal in die kreis getreten so mit da wo wir mehr oder weniger angefangen haben suspend was eine andere ihr son dead killed bei ein Ich bin ein Fiend. All ich konnte es tun war, um ihn zu retten. Ich habe ihm gesagt, Sonny, nichts gut aus dem Pharoah. Bleib nach Hause. Deine Zeit hat noch immer noch für die Geheimdienste und die Glück. Deine Worte. Dieses Ziel hat mir keinen Glück gebracht. Ich werde dir besser sein. so welchen klar aufgeschenken na ja fast fast ich suchte mal kurz die mann zum raiden raus mache ich ja definitiv feierabend dann noch mal danke für den riesen raid dank an all die hier zugeschaut haben und mit twitcher sehen wir uns nächsten mittwoch wieder morgen sieht man hier bei mir auf den kanal gegen abend wieder mit zusammen mit dem erfragen die erste turnie und da muss ich glaube selber mal einen plan mal schauen ich hab dem nicht ganz im kopf genau freitag wollte ich last door weitermachen weil da haben wir noch glaube ich zwei personen über sonntag wieder der retro sonntag ich weiß noch nicht ob ich samstag streamen oder nicht mal überlegen weil ich bin jetzt gut was gelinger angeht vielleicht mache ich samstag mit ja mal schauen auf jeden fall schauen wir mal mit wem wir denn jetzt noch einen kleinen mini raid geben schauen wir mal wer denn so auch mal ist die miff rand hier ist auch neu dann gehen wir mal daheim die spielte mir grad eh so den mark hat er jetzt so ich wollte es richtig schreiben ich glaube ja dann tschuld größe und bis demnächst tschüss 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017